Vor 20 Jahren waren Gewerkschaften das allerletzte, wofür man sich irgendwie als junger Studierender interessiert hat. Und die Gewerkschaften kämpfen genau einen Kampf, der eher im Sinne der Chancen auf eine konzentrisch lineare Lebensführung geht. Und da habe ich schon den Eindruck, ja, da regt sich auch Widerstand und da sagen auch die jungen Leute, ach ja, so ein bisschen Flexibilität ist schon schön, aber eine absehbare Lebensplanung oder ein Leben zu führen, in dem ich langfristig planen kann, das ist ein hohes Gut und jetzt hört mal auf mit diesem postmodernen Quatsch. Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Das neue Berlin. Heute mal wieder aus dem Homeoffice. Wir sitzen an verschiedenen Orten, sind nicht sozial, sondern körperlich getrennt mal wieder. Das ändert sich ja auch so bald leider nicht. Und wollen heute sprechen über den Raum, aber nicht als physischen Raum, sondern als sozialen Raum. Zwar wird uns zwar sehr deutlich, dass wir ja natürlich irgendwie einen physikalischen Körper haben, dass wir auch einen biologischen Körper haben, der jetzt geschützt werden muss. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass Räume trotzdem sozial konstituiert sind. Und zwar nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit, was uns zu dem schönen Begriff der sozialen Raumzeit führt. Und wir haben heute Gunther Weidenhaus in der Sendung, der sich mit eben dieser sozialen Raumzeit wie kein anderer beschäftigt hat. Vor einigen Jahren, so viele sind es noch gar nicht, 2015 ein Buch bei Sokamp veröffentlicht, was da eben einfach so einfach heißt. Soziale Raumzeit. Und über dieses Buch, über seine Studie zu dieser Co-Konstitution von Zeit und Raum im sozialen Sinne wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Gunther. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Auch du sitzt zu Hause mit den Videosoftware natürlich jetzt bestens erfahren. Das macht die Sache etwas einfacher. Diese Idee der Raumzeit, die kennt man und die kannte ich auch vor dem Buch, bevor ich darüber gestolpert bin, nur aus der Physik. Da ist sie sehr bekannt, da ist das Ehe, ist gleich MC Quadrat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das dafür die richtige Formel ist. Auf jeden Fall ist es eher dieser physikalische Begriff in der soziologischen Debatte, kennt man den oder ich zumindest zuvor gar nicht. Hat der Eindruck gestimmt? Habe ich da was übersehen? Oder warst du quasi fast mit der Erste, der den aufgegriffen hat? Und woran liegt das vielleicht? Der Begriff taucht ganz verstreut und vereinzelt auch vorher in der Soziologie mal auf, ist aber konzeptionell nicht weiter ausgearbeitet, sondern eher in Anlehnung tatsächlich an diese physikalische Raumzeit von Einstein. E gleich MC Quadrat ist übrigens richtig, das ist spezielle Relativitätstheorie. Diese Schlussformel setzt einen Zusammenhang von Raum und Zeit im Grunde genommen voraus. Das ist ein Schritt vorher, bevor Masse zum Energieäquivalent wird, muss Raum und Zeit erst mal in der Physik verbunden werden. Und ja, es ist tatsächlich so, dass es ein paar Stellen in den Sozialwissenschaften gibt, die irgendwie genau wie ich eigentlich in Inspiration von diesem, von diesem, von inspiriert von Einstein, von diesem Zusammenhang von Raum und Zeit, auch schon von so etwas wie einer sozialen Raumzeit gesprochen haben, aber das konzeptionell im Grunde genommen nicht weiter ausgearbeitet haben. Oder es blieb auch relativ unklar, was damit gemeint sein könnte. Und zumeist lief das dann ein Stück weit tatsächlich darauf hinaus, dass man zum Beispiel beim Humangeografen Hegerstrand, dass man dann tatsächlich Bewegung im physischen Raum mit einer Zeitachse abgebildet hat. Und dann diese Beobachtung, wie Menschen sich sozusagen im Raum bewegen, über die Zeit schon als so etwas wie eine Raumzeit gefasst hat. Wobei das natürlich an der revolutionären Idee von Einstein vorbeigeht, der wirklich behauptet, Raum und Zeit stehen in einem unmittelbaren direkten Zusammenhang. Und das ist ja, das ist bis heute immer noch ein überraschender Befund, wenn man sich wirklich klar macht, die Dauer einer Stunde hängt mit der Länge eines Meters zusammen. Das ist, das ist die einsteinische Behauptung und die dient für die soziale Raumzeit ein Stück weit als Inspiration. Und ist jetzt dieses Fehlen einer soziologischen Raumzeit oder zumindest den nur selten gestreuten Aufgriff dieser Idee, gilt das auch für Raumsoziologien, Zeitsoziologien auch gleichermaßen? Also wurden die einfach selten verbunden? Oder gibt es sozusagen überhaupt diese Beschäftigung auch mit der Zeit und mit dem Raum? Ist das auch insgesamt eher stiefmütterlich behandelt worden? Das unterscheidet sich tatsächlich für die Zeit und für den Raum. Für die Zeit war relativ schnell klar, es gibt einen relativ großen philosophischen und auch soziologischen und sozialwissenschaftlichen Diskurs über Zeit. Vielleicht, weil da einfach etwas auffälliger ist, dass es Zeitbestimmungen gibt und Zeitvorstellungen gibt, die unmittelbar sozusagen sozial abhängig sind. Wenn man sich überlegt, dass solche Zeitbestimmungen, die eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft konstituieren, dass das eine ganz bestimmte Vorstellung, eine ganz bestimmte Strukturierung von Zeit ist. Und man jetzt von den Historikern, von den Ethnologen weiß, dass eine solche Vorstellung von Zeit gar nicht überall präsent ist, sondern dass man Kulturen kennt, in denen das Wort für morgen das gleiche Wort ist wie das für gestern. In denen es grammatikalische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen als Tempi der Sprache überhaupt nicht gibt, sondern dass vielleicht eine Gegenwartsform vollkommen ausreicht in der Grammatik. Dann merkt man sehr schnell, okay, bei dieser Zeit, in diesem Zeitbereich scheint es so etwas wie soziale Konstitutionsformen von Zeit zu geben, die sehr, sehr unterschiedlich sind und die sich fundamental unterscheiden. Mit dem Raum hat das ein Stück weit einfach länger gedauert. Also die ersten großen konzeptionellen Ansätze für den Raum sind aus den späten 60er Jahren von Henri Lefebvre, der als erster sagt, Social Space is a Social Product. Er hat das übrigens auf Französisch gesagt, natürlich, aber das kann ich nicht. Und der damit sozusagen eine Raumsoziologie an den Start gebracht hat. Und es gibt einen Vorläufer, der das schon relativ weit gedacht hat in den 1920, ich glaube von 1920 ist der Text von Georg Simmel, der schon so etwas wie einen sozialen Raum tatsächlich gedacht hat und sich dabei auf Beobachtungen bezog, wie, naja, nicht alle Kulturen kennen, auch Nationalstaaten. Ein Konzept wie Heimat oder sowas ist ja wohl ein räumliches Konzept, das aber eben in diesem physikalischen Raumbegriff überhaupt nicht aufgehoben ist. Allerdings ist dann die Diskussion über diese sozialen Raumkonstitutionen sehr, sehr verschwunden, was vielleicht ein Stück weit auch damit zusammenhängt, dass Raum und der Raumbegriff tatsächlich von den Nationalsozialisten instrumentalisiert worden ist mit solchen Thesen wie Volk ohne Raum. Und man auch Angst hatte vor dieser Nähe jetzt räumliche Begriffe wieder zu Grundbegriffen in den Sozialwissenschaften zu machen, vielleicht nach diesem nationalsozialistischen Missbrauch auch. Vielleicht halten wir nochmal eine wichtige Unterscheidung fest, die du gerade gemacht hast, zumindest in Bezug auf die Zeit schon gemacht hast, dass es eben tatsächlich ein Auseinanderfallen von verschiedenen Zeiten gibt. Dass es im Bereich der Zeit sowas gibt wie einerseits Geschichtlichkeit, andererseits sowas wie Chronologie und ähnlich beschreibst du es ja auch für den Raum, dass wir es tatsächlich wirklich mit zwei verschiedenen Phänomenen zu tun haben, beziehungsweise mit vier, wenn wir jetzt Raum und Zeit gleichzeitig betrachten. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausbuchstabieren. Wie lassen sich die beiden trennen und in welcher Weise sind sie trotzdem aufeinander bezogen, beziehungsweise gibt es einen Bereich, der fundamentaler ist als der andere vielleicht? Ja, da hat tatsächlich die analytische Zeitphilosophie viel drüber nachgedacht für die beiden. Vielleicht gibt es sogar drei verschiedene Zeitbegriffe. Und der erste Ansatz der analytischen Zeitphilosophie von John Ellis McTaggart war tatsächlich die Idee, dass sich Geschichtlichkeit auf Chronologie zurückführen lässt. Was im ersten Moment vielleicht auch eine ganz schlaue Idee ist, also Geschichtlichkeit verstanden als das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Chronologie als Zeitbestimmungen, die über die Bestimmung von vorher, nachher gleichzeitig funktionieren. Und das wirkt ja erstmal ziemlich ähnlich. Die Vergangenheit wäre alles, was vorher war. Die Gegenwart ist alles, was jetzt ist. Und die Zukunft ist alles, was nachher kommt. Dann könnte man tatsächlich im Grunde Geschichtlichkeit ja auf Chronologie zurückführen, wenn das stimmen würde. Wir merken aber sehr, sehr schnell, dass das ist so gar nicht der Fall. Wir sprechen sinnvoll mit solchen Sätzen wie zum Beispiel, gegenwärtig leben wir im Zeitalter der Weltraumfahrt. Dann müsste man chronologisch allerdings sagen, ja, dieses Zeitalter hat mal spätestens mit dem ersten Satelliten im All in den 1950er Jahren begonnen. Das heißt, die Gegenwart, die wir in dem Moment adressieren, ist mal mindestens chronologisch ausgedrückt, beginnt 1950 und dauert noch an. Deswegen ist die Gegenwart nicht diese unendlich kleine Zeitspanne eingeklemmt zwischen Vergangenheit und Zukunft, sondern die Gegenwart ist eigentlich immer das, das hat Sieghard Neckel mal ganz gut entwickelt. Die Gegenwart ist eigentlich immer das, was den gegenwärtigen Handlungszusammenhang ausmacht und die Voraussetzungen dieser Handlung oder dieser Handlungszusammenhänge liegen in der Vergangenheit und die Folgen oder die Ziele von Handlungen liegen in der Zukunft. Aber das Andauern dieser Handlung ist eine komplette Gegenwart. Und wenn das stimmt, dann lassen sich eben chronologische Zeitbestimmungen in geschichtliche Zeitbestimmungen nicht mehr eindeutig übersetzen. Und dann haben wir es mit zwei verschiedenen Zeitbegriffen zu tun. In der analytischen Philosophie der Zeit ist diese These relativ unumstritten. Da gibt es eigentlich, das ist nochmal ausformuliert worden von Bieri in den 1970er Jahren, glaube ich, und seitdem meines Wissens auch nicht mehr fundamental bezweifelt worden. Für den Raum ist die Geschichte ein bisschen komplizierter. Beim Raum hätten wir so eine Differenz zwischen tatsächlich einem physikalischen Raum, der eben genau wie die chronologische Zeit gedacht ist als Bestandteil der Dimensionalität unseres Universums, der auch ohne uns vorhanden wäre. Damit sind aber räumliche Bestimmungen nicht erschöpft. Wenn ich sage, dass Südhessen meine Heimat ist, dann ist das ja auch eine räumliche Bestimmung. Und diese Konstitution von Südhessen als ein spezifischer Raum, als meine Heimat, die ist nicht eindeutig in eine physikalische Raumbeschreibung, die jetzt von mir aus irgendeinen bestimmten Ausschnitt der Erdoberfläche beschreibt, übersetzbar. Also Heimaten sind für die, es gibt erstmal gibt es überhaupt keine Heimaten in bestimmten Kulturen. Es gibt Kulturen, die haben überhaupt keinen Heimatbegriff. Das heißt, die ganze Raumkonstitution kommt überhaupt nicht vor. Und Heimaten sind nicht eindeutig definiert als bestimmte Ausschnitte der Erdoberfläche. Die können unscharfe Grenzen haben. Manche Leute konstituieren sie, manche Leute konstituieren sie wieder nicht. Oder auch bei Raumkonstitutionen, die wir eigentlich alle konstituieren, wie Nationalstaaten, stellen wir eigentlich sehr schnell fest irgendwie, ja, es gibt eine, die räumliche Strukturierung der Welt in Nationalstaaten ist ein Phänomen, das eigentlich datiert werden muss mit Anbeginn der Moderne. Also vorher war die Welt nicht in Nationalstaaten strukturiert. Das heißt, diese Begriffe Heimaten, Nationalstaaten, Wohnzimmer, Schlafzimmer, all das sind soziale Raumkonstitutionen, die uns aber unglaublich viel Orientierung in der Welt ermöglichen, aber nicht eindeutig erstmal übersetzbar sind in einen physikalischen Raumbegriff, der die Dimensionalisierung unseres Universums versucht zu beschreiben. Und daran könnte man, glaube ich, den Unterschied machen. Vielleicht noch ein Satz zu den sozialen Raumkonstitutionen. Die sind immer schon bedeutungsvoll. Die werden überhaupt nur hergestellt in der sozialen Welt, weil sie etwas Bestimmtes für uns bedeuten und weil wir das Gefühl haben, wir brauchen sie aus irgendeinem Grund. Niemand würde einen Nationalstaat machen, wenn man an einen Nationalstaat nicht glaubt. Deswegen wurden in der Menschheitsgeschichte Ewigkeiten auch keine Nationalstaaten konstituiert, weil man auch gar nicht wusste, wofür. Das heißt, diese sozialen Raumkonstitutionen hängen immer schon an Bedeutungen und diese physikalischen Raumbestimmungen sind erstmal eine relativ bedeutungsfreie Beschreibung der Dimensionalität des Universums. Jetzt hast du schon gesagt, dass es um Raumkonstitutionen geht. Da wäre erstmal meine Frage, was kann man darunter verstehen? Vielleicht spezifisch mit der Frage, wer konstituiert da? Also sind das Individuen, die, wenn man jetzt physikalisch sich das vorstellt, die zwar in diesem physikalischen Raum sind, aber zum Beispiel in ihrem physikalischen Wohnzimmer auch sitzen auf der physikalischen Couch und dann aber sozusagen im Kopf diese bestimmte Vorstellung haben, dass es nicht nur diese Couch ist als ein physikalisches Objekt, sondern dass da ein emotionaler, ein sozialer Raum quasi dranhängt oder auch was eigenes in dem Fall darstellt. Also ist das dann doch was irgendwie im Kopf ist oder wer konstituiert da? An der Stelle beziehe ich mich auf den Raumbegriff von Martina Löw im Wesentlichen, den ich als allgemeine Raumkonzeption für soziale Räume sehr gelungen finde. Und da wäre tatsächlich die Idee, wie wir schaffen diese sozialen Räume, beziehungsweise wir konstituieren dann eben diese sozialen Räume durch Handlungen. Und zwar durch zwei verschiedene Handlungen. Das ist Spacing und Syntheseleistung, heißt das bei Martina Löw. Damit ist gemeint, also Raum wird erstmal verstanden als relationale Anordnung von Gütern und Lebewesen an Orten. Und diese Räume kommen zustande durch Handeln und zwar einmal durch die Syntheseleistung. Das heißt, wir fassen bestimmte Elemente zu einem Raum zusammen. Also wenn wir ein Schlafzimmer haben wollen, dann müssen wir zumindest mal ein Bett, vier Wände, eine Decke und einen Boden zusammenbringen, damit da ein Schlafzimmer entstehen kann. Dieses Zusammenbringen, also dieses Synthetisieren dieser verschiedenen Elemente, Güter und Lebewesen, das wäre die Syntheseleistung. Und jetzt, damit ist es aber noch nicht getan, wenn wir uns vorstellen, wir nehmen einen Klassenraum zum Beispiel und dafür brauchen wir vielleicht eine Tafel und Stühle und Tische. Und wir stellen jetzt die Stühle und Tische alle in eine Ecke, stapeln die übereinander und drehen die Tafel um, sodass die Tafelseite im Grunde zur Wand zeigt. Dann kriegen wir ernsthafte Probleme, das noch als Klassenraum zu bezeichnen. Das heißt, wo die Güter und Lebewesen platziert werden, spielt auch eine entscheidende Rolle. Und das wäre das Spacing, also die Platzierungspraxis und die Synthese verschiedener Elemente zu einem Raum. Das ist die Idee, wie Räume sozial konstituiert werden. Und sozial werden sie deswegen konstituiert, weil wir, was meine Beispiele jetzt schon deutlich gemacht haben, wir haben es in den allermeisten Fällen mit institutionalisierten Räumen zu tun. Das heißt, wir haben uns sozusagen in der Geschichte darüber unterhalten und uns verständigt, wie sieht denn ein Klassenraum aus. Und irgendwann ist das so verfestigt, die Vorstellung eines Klassenraumes, dass wir vollkommen automatisch diese Spacing- und Syntheseleistung hinbekommen, wenn wir einen Klassenraum konstituieren wollen oder einen Klassenraum sofort erkennen, wenn wir einen betreten. Aber das wären sozusagen die sozialen Prozesse der Institutionalisierung, die uns ermöglichen, von sozialen Räumen zu sprechen, die wir auch miteinander teilen. Also das machen wir nicht für uns, sondern ich hatte ja schon gesagt, wir konstituieren dann Räume, wenn wir sie brauchen. Und wir brauchen sie zumeist halt kollektiv und müssen uns miteinander verständigen, wie diese Räume gemacht werden. Wenn sie dann institutionalisiert sind, dann kommen sie uns irgendwann, setzt so etwas wie ein Verdinglichungsprozess ein. Das heißt, sie kommen uns vor wie Elemente der Außenwelt, die schon immer da sind. Und dann fangen wir sogar an, unser Verhalten diesen Räumen anzupassen. Also wenn wir eine Kirche betreten, dann sprechen wir vielleicht leiser, wir bewegen uns vielleicht ein Stück langsamer. Das heißt, in dem Moment schaffen es dann solche institutionalisierten Räume sogar Einfluss auf unser Handeln zu nehmen. Und im Grunde genommen wird dadurch der Raum zu einem soziologisch interessanten Gegenstand. Jetzt haben wir den Raum und die Konstitution des Raumes. Ich fand das alles extrem nachvollziehbar. Wie ist das denn mit der Zeit? Wird die in einer ähnlichen Weise konstituiert? Das hast du ja von Martina Löw wahrscheinlich nicht übernehmen können. Wie gesagt, da stütze ich mich eher auf die analytische Philosophie der Zeit. Und wenn man jetzt Geschichtlichkeit denkt als das ins Verhältnis setzen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann kommt man sehr schnell darauf, dass dieses Verhältnis hier auch sehr unterschiedlich beschaffen sein kann. Man kann zum Beispiel sagen, und das wäre eine typisch moderne Vorstellung, die auch immer, glaube ich, die dominante Vorstellung ist, ja, da gibt es eine logische Verknüpfung. Also wir finden das in solchen Sätzen wie, wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft. Das bedeutet, man muss sich klar machen, woher man kommt, wo man steht und wohin man gehen will. Das wäre so eine typisch lineare Form der Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt diese Vorstellung, diese lineare Vorstellung ist allerdings eine gesellschaftshistorische, relativ spezifische Vorstellung und auch gar nicht so wahnsinnig alt. Also dieser Kollektiv-Singular der Geschichte stammt aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, erst, der diese lineare Vorstellung von Zeit explizit zum Ausdruck bringt. Und wir finden in anderen Kulturen oder auch zu anderen Zeiten ganz unterschiedliche soziale Zeitkonstitutionen, müsste man jetzt sagen. Zum Beispiel, wenn man sich die Zeitkonstitution der Aborigines in Australien ansieht, dann hat das nichts von irgendwie, die Weltgeschichte kommt von einer Vergangenheit, Welt ist jetzt in einer Gegenwart und bewegt sich auf eine Zukunft zu, sondern die Geschichtlichkeitsvorstellung wäre eher eine, wie alle Ereignisse, die vorher waren, die jetzt sind und die nachher waren, sind eigentlich auf einem ganz großen Bild schon die ganze Zeit versammelt. Das heißt, sie sind im Grunde genommen, sind sie alle, es gibt eine riesige Gegenwart. Und in dieser riesigen Gegenwart sind alle Ereignisse, stehen dort nebeneinander. Jetzt gibt es Mythen dazu, warum wir Menschen nicht in der Lage sind, dieses ganze Bild zu sehen, sondern eigentlich immer nur ein Ausschnitt des Bildes. Deswegen kommt es uns im Grunde auch nur so vor, als würden die Dinge nacheinander geschehen. In Wirklichkeit, wenn man sich auch in bestimmte Zustände versetzt, dann kann man sozusagen das ganze Bild auch erkennen und deswegen sind solche Kulturen systematisch in der Lage, wir würden sagen, in die Zukunft zu gucken, aber diese Zukunft ist gar nicht konstituiert, sondern das zu sehen, was man ansonsten in einem normalen Zustand im Moment noch nicht sehen kann, weil es in Wirklichkeit schon da ist, weil in Wirklichkeit eine ganz große Gegenwart gleichzeitig ist, die, in der alle Ereignisse schon eingefangen sind, genau die Geister der Ahnen, genauso wie alle noch ungeborenen Menschen, sind eigentlich in einer gemeinsamen Gegenwart versammelt, die dann in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung tatsächlich die Traumzeit heißt. Und diese Traumzeit hat eben genau keine Geschichtlichkeit, sondern diese Traumzeit kann man sich vorstellen als eine ewige Gegenwart, die sich immer wieder aktualisiert. Und so gibt es eben auch nicht nur beim Raum ganz verschiedene Arten von Raumkonstitutionen, die Menschen machen, sondern auch ganz verschiedene Arten von Zeitkonstitutionen. Dann gibt es, um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, in der Antike gab es häufig Vorstellungen von einer zyklischen Zeit, die sich alle paar hundert Jahre wiederholt. Es gibt so einen Zyklus, der alle paar hundert Jahre durchlaufen wird und dann beginnt die Geschichte immer wieder von vorne. So ein bisschen, es kommt ja bei Nietzsche wieder, der hat ja auch diese Idee der ewigen Wiederkehr, heißt es so, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Antike entlehnt. Jetzt haben wir noch überhaupt gar nicht gesprochen, wie du wissenschaftlich vorgegangen bist. Jetzt hast du schon gesagt, die Zeit, Ideen, die kommen aus der analytischen Philosophie. Das interessiert mich dann auch noch, wie man die quasi in die Soziologie transferiert. Jetzt aber zu der Arbeit selbst. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie bist du vorgegangen, um diese Frage zu bearbeiten? Um einfach nochmal die Frage an der Stelle explizit zu machen. Die Frage wäre jetzt sozusagen analog zum Konzept, inspiriert vom Konzept dieser physikalischen Raumzeit von Einstein, die eben sagt, ja, chronologische Zeitbestimmungen sind unmittelbar abhängig von physischen Raumbestimmungen. Also die Länge eines Meters hängt mit der Dauer einer Sekunde zusammen. Das ist gleichsam die Inspiration. Und übersetzt in den sozialen Bereich hieße das, könnte es nicht sein, dass bestimmte Konstitutionsformen von Geschichtigkeit, zum Beispiel diese lineare Geschichtigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, mit ganz bestimmten Konstitutionsformen von Raum, mit ganz bestimmten Konstitutionsformen von Raum zusammenhängen. Zum Beispiel, um Konstitutionsformen von Raum, um einfach mal zwei in den Raum zu werfen. Man kann sich Netzwerkräume vorstellen, die haben keine so scharfen Grenzen. Das sind eher Orte, die miteinander verbunden sind. Das wäre so eine netzwerkartige Raumkonstitution. Dann gibt es territoriale Raumkonstitutionen. Die haben immer Grenzen. Da ist immer etwas eingeschlossen. Und auch wenn ich nicht weiß, was da ist, kann ich zu jedem Punkt genau sagen, irgendwie zu welchem Territorium er gehört. Das wären zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Raumkonstitutionen. Das Netzwerk und das Territorium zum Beispiel. Genauso wie, was wir gerade hatten bei der Zeit, lineare Zeit und zyklische Zeit. Und jetzt ist die Frage nach der sozialen Raumzeit, ist die Frage, ob Konstitutionsformen von Raum mit Konstitutionsformen der Zeit zusammenhängen. Genau. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, okay, wenn man das wissen will, dann braucht man natürlich einen Gegenstandsbereich. Also bei Zeit ist es ganz einleuchtend. Es gibt Geschichtlichkeit ja nicht an sich, sondern es gibt immer die Geschichtlichkeit von etwas. Es gibt die Geschichtlichkeit der Gesellschaft zum Beispiel. Oder es gibt die Geschichtlichkeit meines Lebens. Oder es gibt auch vielleicht die Geschichtlichkeit meines Urlaubs. Und das heißt, um das zu überprüfen, ob Raumkonstitutionen mit diesen Geschichtlichkeitskonstitutionen zusammenhängen, ist es nun entscheidend, erst mal einen Gegenstandsbereich zu wählen, wo man hoffen kann, dass verschiedene Arten von Raum- und Zeitkonstitutionen eigentlich auftreten. Und da habe ich eben die Biografie genommen, die Biografie als Blick auf die Gesamtheit des eigenen Lebens. Das ist so eine ganz einfache Definition. Wenn man sein Leben als Ganzes anguckt, dann ist relativ eindeutig, dann gibt man diesem Leben eine bestimmte Form von Geschichtlichkeit. Man sagt zum Beispiel, ich bin auf einem Entwicklungspfad und lebe auf Basis dieser Vergangenheit, entscheide in der Gegenwart dies und das, um in Zukunft da und dahin zu gehen. Das machen aber gar nicht alle Menschen so. Andere Menschen machen was ganz anderes. Die sagen zum Beispiel, ja, ich mache jetzt in der Gegenwart das. Diese Gegenwart hat eine chronologische Ausdehnung von drei Jahren. Ich mache dieses Projekt. Ich betreibe einen Club für elektronische Musik, weil ich das gerade cool finde. Aber ich weiß schon jetzt, irgendwann wird das aufhören. Ich habe aber keine Ahnung, wohin das führt. Und ich werde danach irgendein anderes Projekt machen und das relativ unabhängig sozusagen von dem betrachten, was ich im Moment als meine Gegenwart ansehe und was mich gegenwärtig auch vollkommen ausfüllt. Aber irgendwann in meinem Leben wird eine neue Gegenwart anbrechen, die ist jetzt für mich die Zukunft. Aber in dem Moment wäre dieses lineare Moment, meine Gegenwart führt in die Zukunft. wäre aufgebrochen. Das heißt, das wären zwei verschiedene Arten und Weisen, dem eigenen Leben eine Geschichtlichkeit zu geben. Und genau so kann man dem eigenen Leben gleichsam unterschiedliche Räume geben. Ich kann zum Beispiel sagen, was für mich in meinem Leben wichtige Räume sind, das ist erst mal mein Zuhause. Das ist meine Basis. Hier, ich brauche diese Basis. Das ist gleichsam mein Standbein, auf dem ich stehe. Das muss ich räumlich konstituieren. Deswegen ist es mir auch wichtig, irgendwie eine stabile Wohnung einzurichten und nach Möglichkeit da auch zu sein. Und dann habe ich von mir aus eine Stadt drumherum. Diese Stadt ist mir wichtig, weil sie mir bestimmte Optionen zum Arbeiten und so weiter bietet, weil dort Freundeskreise oder vielleicht sogar Familienangehörige leben. Deswegen beziehe ich mich immer biografisch auf diese Stadt. Und man kann das noch durch verschiedene Maßstabsebenen durchspielen. Und dann hätte man im eigenen Leben so eine Idee von einer, so wie ich es jetzt gebaut habe, mit der Wohnung im Mittelpunkt, der Stadt drumherum, vielleicht dem Nationalstaat noch als einen relevanten Raum in meinem Leben. Dann hätte man so ein konzentrisches Raummodell für sein Leben. Aber man kann es eben auch ganz anders machen. Man kann sagen, meine Wohnung, das ist der Platz, an dem ich schlafe. Aber das ist nicht mein Zuhause. Ich brauche irgendeinen Ort, wo mein Bett steht. Aber was mir wichtig ist, das sind eigentlich nur bestimmte Stadtviertel, in denen bestimmte Szenen unterwegs sind, in denen ich bestimmte Projekte verwirklichen kann. Vielleicht habe ich einfach nur daran Interesse. Und nachts schlafe ich halt in meinem Bett. Deswegen brauche ich noch nicht so etwas wie einen räumlichen Zentralpunkt meines Lebens. Sondern ich baue mir mein Leben räumlich eher so als Netzwerk auf. Ich bin mal hier in der coolen Stadt, ich bin mal in London, ich bin mal in Berlin, je nachdem, welche Optionen sich da ergeben. Aber ein festes Zuhause zu konstituieren, das brauche ich gar nicht. Das wäre jetzt gleichsam die Idee, zu sagen, ja okay, in Biografien kann es passieren, dass ich unterschiedliche Raumkonstitutionen habe und unterschiedliche Geschichtlichkeitskonstitutionen. Also ist das ein guter Gegenstand, um danach zu suchen. Und das ist wirklich so eine explorative Studie. Ich wusste nicht, ob es einen Zusammenhang zwischen sozialen Raum- und Zeitkonstitutionen gibt. Und danach zu suchen, ob bestimmte Zeitkonstitutionen, zum Beispiel so ein lineares Verständnis der eigenen Biografie, immer mit spezifischen Raumkonstitutionen einhergehen. Zum Beispiel so ein konzentrisches Modell der eigenen Biografie. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen gesagt, wie ich mich der Geschichte angenähert habe. Also ich habe narrativ-biografische Interviews gemacht und habe dann aus diesen Interviews heraus rekonstruiert, wie eigentlich werden hier die biografisch relevanten Räume ins Verhältnis gesetzt und ein Muster daraus gebaut, das ich vielleicht als Typ beschreiben kann. Und wie werden Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft des eigenen Lebens ins Verhältnis gesetzt, sodass man damit einen Typen bauen kann, ein Muster beschreiben kann. Und die Frage ist jetzt, ist es vielleicht so, dass immer wenn ich einen Typ von Zeit habe, ich auch einen bestimmten Typ von Raum habe in den Biografien. Dazu die Frage, auf welcher Ebene findet dann die Konstitution statt? Also ist es dann, jetzt hast du über den Gegenstand gesprochen, ist der Gegenstand sozusagen eher exemplarisch, an dem man das beobachten kann? Kann es nicht auch sein, dass man quasi in solchen Interviews eher an Diskurse anschließt, die dann dort sich ereignen, sodass diese Verknüpfungen von Raum und Zeit, du hast jetzt sehr eindrückliche Beispiele genannt, dass es dann eher um diskursive Verknüpfungen geht? Oder ist es dann, also ist die Konstitution, findet die quasi im Interview statt, wenn der Soziologe in dem Fall du nachfragt? Oder ist das sozusagen der Rückschluss auf dann in dem Fall, wie diese Menschen auch leben? Also auf welcher Ebene sind da jeweils die Begriffe angelegt? Das ist tatsächlich eine sehr schöne Frage. Es ist tatsächlich ein Stück weit richtig, dass die Interviewsituation, die einen solchen Stimulus gibt, das ist ein ganz einfacher Stimulus. Ich sage sehr wenig und ich frage auch sehr wenig in solchen Interviews, sondern ich lasse mir Lebensgeschichten erzählen. Und das heißt, ich gebe so einen Eingangsstimulus, so eine Erzählaufforderung, die im Grunde aus dem Satz besteht, ich möchte Sie bitten, mir die Geschichte Ihres Lebens zu erzählen. Und dann versuche ich, die Leute so lange erzählen zu lassen, wie es nur irgend geht, möglichst ohne irgendwelche Nachfragen zu stellen, was den Vorteil hat, dass die Leute das erzählen, was ihnen relevant vorkommt, und das weglassen, was ihnen nicht relevant vorkommt. Wenn ich immer fragen würde, dann gebe ich selber immer die Relevanzstrukturen, also was ist wichtig, was ist unwichtig, die würde ich immer vorgeben. Durch diese freie Form der Interviewführung gibt es sozusagen eine Chance, die Relevanzstrukturen meiner Interviewpartnerin zu rekonstruieren, weil das, was sie erzählen, ist ihnen wichtig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen an dieser Stelle, jetzt ist es tatsächlich so, dass in dieser Erzählaufforderung, die ich gerade genannt habe, ein ganz bestimmter Stimulus auch liegt, der im Grunde heißt, nehme die Gesamtheit deines Lebens in den Blick. Also biografisiere jetzt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir im Alltag nicht permanent machen. Wovon ich aber behaupten würde, dass es in modernen Gesellschaften, und ich würde jetzt, wüsste nicht, wo auf der Welt keine moderne Gesellschaft mehr ist, dass es in modernen Gesellschaften sehr, sehr üblich ist, das hat was mit Individualisierung und so weiter zu tun, also sozusagen sein eigenes Leben als Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in der Moderne aufgefordert sind, unser Leben zu führen, und zwar selbstverantwortlich zu führen. Das heißt, eigentlich alle modernen Menschen, was praktisch alle, was nahezu, was die allermeisten Menschen sind, würde ich jetzt mal sagen, die gegenwärtig auf der Welt leben. Also das Leben als Gesamtheit in den Blick nehmen, als biografische Perspektive können die allermeisten Menschen tatsächlich tun. Es ist aber keine alltägliche Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die man, wenn man sozusagen weitreichende Entscheidungen im Leben trifft, dann nimmt man, aber nimmt man, glaube ich, schon, ist man es auch gewohnt, eine solche Perspektive einzunehmen. Das heißt, sie ist kein wissenschaftliches Artefakt. Also es wird nicht nur, wenn ich diese Frage stelle, biografisiert, sondern es wird auch biografisiert, wenn man zum Beispiel zwei Jobangebote hat, eins in München und eins in Berlin, und sich jetzt fragt, welchen dieser beiden Jobs nehme ich an. Dann taucht im Hintergrund die Frage auf, ja, wie will ich denn leben? Was will ich denn mit meinem Leben machen? Wie soll ich denn mein Leben führen? Oder welchen Beruf? Studieren oder Ausbildung? In solchen Momenten, glaube ich, taucht diese biografische Perspektive, die jetzt eben auch mein Forschungsgegenstand ist, sozusagen auch in der Welt empirisch auf. Das heißt, diese biografische Perspektive ist, würde ich nicht sagen, dass sie nur ein Artefakt ist, das nur dann auftaucht, wenn ich sie provoziere. Allerdings provoziere ich sie natürlich in der Interviewsituation, um jetzt sozusagen, nimm jetzt doch nochmal dein Leben als Gesamtheit in den Blick. Wir sind auch darauf sozialisiert, unser Leben hin und wieder als Gesamtheit in den Blick zu nehmen. Also welches Schulkind wird denn nicht gefragt? Ja, was willst du denn später werden? Wo soll das denn hinführen, wenn du so weitermachst? Konntest du da manche Erkenntnisse der Biografieforschung, der Lebenslaufsoziologie, die es ja schon lange gibt, die auch ganz unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet, dafür verwenden oder ist es tatsächlich eine Perspektive, die da gar nicht so stattfindet, auf diese Zeitlichkeit, die Räumlichkeit der Biografie selbst oder der Konstitution darin, sich das anzugucken? Ja, tatsächlich wird Biografie, also es gibt eine ganze Fülle irgendwie von möglichen Fragestellungen für Biografieforschung. Und ich habe auch bis jetzt noch nicht erlebt irgendwie, dass diese Fragestellung, die ich an dieses biografische Material dann stelle, irgendwie ein Problem bei einschlägigen Biografieforscherinnen irgendwie provoziert hätte. Aber es ist tatsächlich so, dass häufig gerade im soziologischen Bereich natürlich spezifischere Fragen an Biografieforschung gestellt wird. Also wie wird biografisch der Fall der Mauer verarbeitet oder so? Das sind dann ein Stück weit speziellere Fragen, sodass so eine allgemeine Rekonstruktion der Form von Geschichtlichkeit in der eigenen Biografie und der Form von Raumkonstitution in der eigenen Biografie gab es relativ wenig in der Biografieforschung. Was es natürlich hervorragend gab, ist die ganze Methodologie, also wie führt man narrativ-biografische Interviews, was ich vorhin erzählt habe, dass man sich dabei so sehr zurückhält, um Relevanzstrukturen interpretieren zu können und so weiter. Das ist das alles einschlägig aus der Biografieforschung übernommen. Da habe ich mich einfach dann tatsächlich an einschlägiger Biografieforschung orientiert. Und diese Frage nach Raum und Biografie ist tatsächlich interessanterweise sehr, sehr wenig gestellt worden. In der Lebenslaufforschung noch eher nur in der Lebenslaufforschung hat man genau das Problem, Lebenslaufforschung ist nicht Biografieforschung. Lebenslaufforschung arbeitet auf Basis eines chronologischen Zeitbegriffs. Es geht um, was passiert nacheinander im Leben. Dann hat man einen Lebenslauf. Die Biografie ist die sinnhafte Verknüpfung der Lebensereignisse, auf welche Art und Weise auch immer. Von daher gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen Lebenslauf und Biografie, der sich an diesen unterschiedlichen Zeitbegriffen, die dahinter liegen, orientiert. Also das eine ist ein chronologischer Zeitbegriff, das andere ist tatsächlich ein geschichtlicher Zeitbegriff. In der Lebenslaufforschung spielt der Raum schon eine Rolle, gerade dann in der Mobilitätsforschung, also solche Forschungsprojekte wie Mobilität im Lebenslauf. Aber die verraten eben auch reichlich wenig über die sinnhaften Raumkonstitutionen, die hinter solchen Mobilitäten stecken. Dann kommen wir vielleicht zu deinen Fällen und dann auch zu deinem Feld. Wie viele Fälle hattest du denn? Wie bist du an die Leute rangekommen? Und was waren vielleicht so deine Erfahrungen auch in deinem Feld? Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, es handelt sich um ein exploratives Forschungsprojekt. Das bedeutet so viel wie, man weiß tatsächlich nicht so genau, was rauskommt. Also alle andere, die meisten Forschungs- oder häufige Forschungs-Designs sind eher Hypothesen testen. Man entwickelt eine Hypothese und überprüft die. Und ich hingegen hatte wirklich erstmal, ich hatte keine Ahnung, ob man von so etwas wie einer sozialen Raumzeit überhaupt sprechen kann. und da dachte, ja, in Ordnung, ich kann jetzt kein repräsentatives Sample irgendwie ziehen, um das zu überprüfen, sondern ich muss eben diese tatsächlich dann auch relativ lang, also bis zu vier Stunden kann so ein narrativ-biografisches Interview schon mal auch dauern, hängt von den Erzählpersonen ab. Ich kann kein repräsentatives Sample ziehen, das würde mir auch nichts bringen, weil wenn es eine dominante Form in der Gesellschaft, zum Beispiel der Geschichtlichkeitskonstitution, in der Biografie gibt, und ich habe Pech und mache dann irgendwie 20 Interviews, dann finde ich immer nur dieselbe Form. Das heißt, was ich von vornherein versucht habe zu machen, ist, okay, ich brauche eine Sample-Strategie, die diesem völlig Aufschließen des Forschungsfeldes gerecht wird. Und das funktioniert am besten dann, wenn man möglichst unterschiedliche Fälle zusammenstellt. Also wenn man zum Beispiel vermutet, na, was könnte denn Einfluss haben, dass sich die Art und Weise, wie ich die Geschichtlichkeit meines Lebens denke, was könnte denn das verändern, oder welche Personen könnten da vielleicht irgendwie ihre Geschichtlichkeit anders konstituieren als andere Personen. Und dann fängt man an zu fragen, ja, okay, Erwerbssituationen irgendwie sind in dieser Gesellschaft irgendwie eine relativ wichtige Geschichte, hat auch mit, das ist das entscheidende Anerkennungssystem in dieser Gesellschaft, ist Erwerbsarbeit. Also vielleicht finden sich da Interviews. Interviews, also such mal Personen, die Langzeitarbeitslosigkeit erleben. Suche mal Personen, die wirklich Freelancer-mäßig unterwegs sind. Suche mal Personen in Normalarbeitsverhältnissen. Und beim Raum ganz ähnlich. Suche mal Personen irgendwie, die Häuser schon gebaut haben. So interviewe Personen, die in Mietwohnungen wohnen. Und dann guck auch an den Seiten. Schau auch nach skurrilen Fällen. Suche Leute, die auf Wagenplätzen oder in Hütten wohnen. Und schau nach deren Raumkonstitution. Was dabei nicht rauskommen kann, also die Restriktion ist vollkommen klar, man hat danach kein repräsentatives Sample. Man kann danach nicht sagen, irgendwie so und so viel Prozent der Bevölkerung konstituieren ihre Biografie linear. Das kann man dann nicht sagen. Aber man hat eine ganz gute Chance zu sagen, das sind die typischen Arten und Weisen, die Geschichtlichkeit des eigenen Lebens zu konstituieren. Und das weiß ich relativ erschöpfend. Viel andere gibt es wahrscheinlich in dieser Gesellschaft nicht, weil ich so mit so unterschiedlichen Leuten gesprochen habe, dass mir tatsächlich nicht mehr viel einfällt, wie Geschichtlichkeit noch anders gemacht werden könnte. Und das wäre das Ziel einer solchen, auf Heterogenität, also auf Verschiedenheit zu samplen, also die Fälle danach auszusuchen, möglichst große Unterschiede zu haben und erwarten zu lassen, sodass man hinterher ganz gute Argumente dafür hat, in der Soziologie nennt man das theoretische Sättigung, dass man dann ein theoretisch gesättigtes Sample am Ende hat, wo man dann denkt, ja okay, wenn ich jetzt noch fünf Leute interviewe, dann kommt auch keine neue Form der Geschichtlichkeit bei raus oder kommt auch keine neue Form der biografischen Raumkonstitution bei raus, sondern ich kenne eigentlich die unterschiedlichen Formen biografische Raumkonstitutionen und Geschichtlichkeitskonstitutionen, die zumindest, das ist ein deutsches Sampling, die zumindest irgendwie in Deutschland vorkommen. Aber man muss ja dann eigentlich schon sozusagen ein gewisses theoretisches Vorverständnis davon haben, was sozusagen signifikanter Unterschiede auch zwischen den Leuten sein können. Also alle Leute unterscheiden sich in unendlich vielen möglichen Eigenschaften, aber die relevanten Eigenschaften, die musst du ja sozusagen schon auch theoretisch irgendwie vorwegnehmen. Und dann auch irgendwie im Prinzip ja auch schon, bevor du dein Sample hast, gewisse Typologien im Kopf haben. Also bestimmte, wie du es ja schon gesagt hast, Arbeitsverhältnisse, Wohnverhältnisse zum Beispiel, die dann sozusagen in einem bestimmten Sinne schon eben vorverstanden vorstrukturiert sind. Also das muss man dann schon immer machen, wenn man so eine explorative Herangehensweise versucht, nicht wahr? Man braucht die Typologie vorher nicht im Kopf zu haben. Also das, glaube ich, so weit muss man nicht gehen und die hatte ich auch vorher nicht im Kopf. Also die Typen, die dann tatsächlich für Geschichtlichkeit dabei rausgekommen sind, nämlich zyklisch, linear und episodisch, die sind wirklich dann aus dem Material heraus entwickelt. Die kannte ich auch vorher nicht. Aber was man natürlich tatsächlich braucht, sind Annahmen darüber, was könnte denn sozusagen die Form ganz allgemein, also wirklich auf diesem allgemeinen Level, was könnte denn die Form von Geschichtlichkeit beeinflussen? Und das sind natürlich ein Stück weit auch gar nicht so wahnsinnig wissenschaftliche Vorannahmen, die man da trifft. Also da muss man auch ehrlich mit sich selber sein. Da fragt man sich dann tatsächlich, okay, was könnte einen Einfluss darauf haben? Dann kennt man natürlich bestimmte Literatur. Dann hat man zum Beispiel mal was über Depressionen gelesen, wo dann drin stand, ja, das ist eine Krankheit in der Zeit. Die Leute haben keine Zukunft mehr. Dann kennt man sich sozialstrukturell ein bisschen aus und weiß, dass der Prozent von Depressionen bei Langzeitarbeitslosigkeit tatsächlich hochgeht. und dann weiß man, was ich vorhin sagte, mit dem Anerkennungssystem Erwerbsarbeit und dann kommt man auf die Idee, okay, Langzeitarbeitslosigkeit könnte etwas mit der Geschichtlichkeit des eigenen Lebens machen. Aber das sind zum Teil auch wirklich nur halbwissenschaftliche Vorannahmen. Aber es macht ja nichts, wenn nichts dabei rauskommt an der Stelle. Man bleibt ja sozusagen offen und sagt dann, okay, wenn jetzt bei der Sample-Differenzierung nichts dabei rausgekommen ist, dann versuche ich eben nochmal eine andere. Also vollkommen richtig, man braucht Vorannahmen, um dieses Sample irgendwie zusammenzustellen. Man braucht Ideen. Vielleicht kannst du dann auch gleich beschreiben, wie du dann zu dieser Typisierung gelangst. Also du hast ja tatsächlich in beiden Registern, im räumlichen wie im zeitlichen, in der Zeitkonstitution wie in der Raumkonstitution drei Typen ausgemacht, die dann auch nochmal untereinander sehr stark zusammenhingen. Aber wie schält sich das raus sozusagen? Vielleicht auch ganz konkret an einem Beispiel, wenn man irgendwie mit fünf Leuten gesprochen hat, wo kommen die Ähnlichkeiten her, wie bildest du dann diese Typen? Oder sind die eh so klar und augenscheinlich gewesen von Anfang an? Sind sie tatsächlich nicht. Das ist, naja, man weiß ja einfach, man hat eine Vorstellung davon irgendwie, dass man sozusagen die biografisch relevanten Raumkonstitutionen sucht und die biografisch relevanten, die die Form der Geschichtlichkeit sucht. Naja, jetzt arbeitet man wirklich akribisch Stück für Stück diese Interviews durch und liest sie Zeile für Zeile. Die sind natürlich voll von Raum und Zeit. Wir kriegen fast keinen einen Satz zu sagen, ohne dass wir was über Raum und Zeit sagen. Aber dann guckt man natürlich, okay, was für Raum- und Zeitvorstellungen spielen jetzt für diese Biografie? Und das machen die Leute meistens, während sie sprechen, sehr, sehr deutlich. Zum Beispiel, indem sie sagen irgendwie, das hat mich nachhaltig beeinflusst oder da zehre ich heute noch von. Das wären dann solche Sätze, wo man weiß, okay, das, was davor steht irgendwie, das scheint irgendwie als Vergangenheit einsortiert zu werden und einen starken Einfluss auf die Gegenwart zu haben. Und dann hat man noch keinen Typ oder sowas. Dann ist man noch nicht bei Linearität oder so, sondern dann hat man erst mal, dann fragt man sich ja, okay, was ist denn das? Und dann kommt man drauf, nee, das ist doch eine logische Koppelung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, und jetzt hat man sowas wie eine Kategorie, nämlich die Kategorie logische Koppelung Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und jetzt guckt man seine Fälle darauf hindurch. Und jetzt schaut man, okay, habe ich Fälle, die stark logisch koppeln und habe ich Fälle, die weniger stark logisch koppeln? Und dann entwickelt man nach und nach so einige Kategorien und bestimmt ihre möglichen Ausprägungsmuster. Die Ausprägungsmuster wären jetzt starke logische Koppelungen irgendwie bis hin zu gar keiner logischen Koppelung. Im Grunde genommen, das wäre die Ausprägung dieser Kategorie. Und wenn man so ein paar Kategorien zusammengebaut hat, dann kann man sich für die einzelnen Fälle anschauen, naja, gibt es denn bestimmte Ausprägungsmuster über zum Beispiel drei Kategorien. Und wenn man solche Muster gehäuft findet, dann hat man einen starken Hinweis auf einen Typus. Allerdings in dieser Art von Forschung ist das immer noch kein Typ, sondern die können auch irgendwie einfach ähnliche Ausprägungsmuster haben. Zur Typenbeschreibung gehört dann, dass man sich gleichsam nach dem Sinn dieser Art und Weise, sich räumlich oder zeitlich in die Welt zu stellen, fragt. Also was haben die Leute für eine Vorstellung von ihrem Selbst, dass sie eben, und das ist dann zum Beispiel die Vorstellung eines sich entwickelnden, wachsenden Selbst, das auf dem Weg ist zu so etwas wie Selbstverwirklichung. Und das wäre mein Pfad. Und wenn ich jetzt mehrere Interviews habe und mehrere Fälle, in denen die verschiedenen Kategorien irgendwie ähnlich ausgeprägt sind, und ich kann diese ähnliche Ausprägung beschreiben als irgendwie durch die Zeit auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Und dann habe ich so etwas wie einen Typen und dann gebe ich dem einen Titel wie zum Beispiel, das ist eine lineare Vorstellung von eigener Lebensgeschichtlichkeit. Die beiden anderen Typen, um die vielleicht kurz zu erwähnen, wäre tatsächlich so eine zyklische, das ist kein guter Begriff. Eigentlich wäre es besser zu sagen, im Buch steht noch zyklisch, aber eigentlich würde ich heute sagen, das wäre eine ewig gegenwärtige Geschichtlichkeitskonstitution. Das sind Leute, die in den Interviews immer wieder so etwas sagen, wie, die erzählen eine Geschichte und dann schließen sie die Geschichte ab mit einem Satz wie, ja, und daran siehst du wieder, dass ich genau der bin, der ich bin. Die sozusagen etwas wie ein hochgradig stabilisiertes Selbst, das über alle Zeit hinweg identisch ist, da geht es nicht um Entwicklung und Selbstfindung. Die wissen genau, wer sie sind. Und das wäre eine andere Form, also eine ewig gegenwärtige oder zyklische Form. Zyklisch habe ich die deswegen genannt, weil die ihre Handlungsmuster total gerne wiederholen. Die machen total gerne immer dasselbe, aber egal. Und eine andere, eine dritte Form von Geschichtlichkeit wäre dann tatsächlich das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, so eine projektorientierte Geschichtlichkeit. Ja, ich mache jetzt das, aber was ich, wenn du mich fragst, was ich in fünf Jahren mache, habe ich überhaupt keine Ahnung. Mache ich vielleicht was vollkommen anderes? Kommt vielleicht ein anderes Projekt vorbei, was mich interessiert, was überhaupt nichts mit meinem gegenwärtigen Projekt zu tun hat? Also in einem Interview beispielsweise, das ist ein Mensch, der momentan eben einen Club für elektronische Musik betreibt und der rattert mögliche Zukunftsvorstellungen für sich irgendwie in einer kurzen Sequenz des Interviews, rattert der runter. Da kommt drin vor, ich gehe in die Kommunalpolitik und werde Politiker oder ich werde Traveler und mache erst mal ein paar Jahre irgendeine Weltreise oder ich studiere Veranstaltungsmanagement und ich glaube noch zwei andere Sachen als mögliche Zukunft. Aber keine davon folgt aus seinem jetzigen Projekt. Also es ist überhaupt nicht diese logische Koppelung, ist ganz schwach, sondern es ist eher, ich lebe mal von Gegenwartsblase zu Gegenwartsblase und die chronologische Ausdehnung dieser Gegenwartsblasen sind dann mehrere Jahre. Das ist zum Beispiel auch eine Kategorie gewesen, die man dann aus dem Material entwickeln konnte oder die ich aus dem Material entwickelt habe, sagen wir es mal so. Das wäre, was beschreiben die Leute eigentlich in der Gegenwart, wenn sie diese biografische Perspektive einleben? Und da war bei diesem Clubbetreiber ganz klar, ja, der beschreibt diese ganze Zeit, in der er diesen Club betreibt, beschreibt er als biografische Gegenwart. Und diese Gegenwart, die ging da schon fünf Jahre und es war unklar, wie viele Jahre sie weitergeht. Bei anderen Menschen, die mehr so linear biografisieren, also die Schritt, die zum Beispiel Karriere-Schritt für Karriere-Schritt machen, ist dann der einzelne Karriere-Schritt, bei dem sie jetzt gerade sind, ist die biografische Gegenwart. Und der nächste Schritt ist aber schon die Zukunft. Und dann ist die chronologische Ausdehnung der Gegenwart viel, viel kürzer. Und dann kann man sogar mithilfe eines chronologischen Zeitbegriffs eine Kategorie bilden, die einem etwas über Geschichtlichkeit verrät, nämlich chronologische Ausdehnung der Gegenwart war eine Kategorie, die ich entwickelt habe, um diese Typen zu entwickeln. Diese Person, da wäre meine erste Frage, wie bist du da rangekommen? War das so, wie du es vorhin beschrieben hast? Ja, vielleicht wäre so ein Lebenskünstler interessant, der natürlich einen ganz anderen Lebensentwurf hat. Und dann überlegt im Kollegen-Freundeskreis, wo ist da so ein Lebenskünstler, den ich fragen könnte? Das ist vielleicht die eine Frage. Die zweite Frage wäre, wie war da die Bandbreite? Waren da auch Leute, mit denen das dann sehr schwer war, diese Sachen zu besprechen, wo vielleicht auch die Ergebnisse dann dürftiger waren? Oder ist das auf der Ebene tatsächlich eigentlich gar kein großer Unterschied? Nein, es ist, also zuerst mal, um nochmal auf die Sampling-Strategie an der Stelle mit der Heterogenität zurückzukommen, ja, es ist dann tatsächlich so, dass man schaut, wo findet man solche besonderen Menschen und dann tatsächlich rumfragt im weiteren Bekanntenkreis. Es ist immer hochproblematisch, Menschen zu interviewen, irgendwie, die man tatsächlich länger oder besser kennt. Das funktioniert überhaupt nicht gut, weil je mehr man von denen weiß, je unsicherer sind die, was die erzählen sollen, weil sie irgendwie nichts erzählen wollen, was der Interviewer schon kennt. Von daher ist das eine ganz schlechte Idee. Also man muss so ein bisschen weg aus seinem eigenen Umfeld, aber trotzdem kann man so ein Schneeballsystem benutzen. Das heißt irgendwie in seinem erweiterten Umfeld kann man fragen, ob man nicht jemanden kann. Ich suche noch jemanden, der irgendwie Freelancer-mäßig irgendwie unterwegs ist und auch immer betont, dass er vielleicht jemanden, der immer betont, dass er sein eigener Chef sein will und der schon mal dir gegenüber so Sätze erwähnt hat, wie, oh, so eine Festanstellung oder so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann fragt man tatsächlich mit so einem Schneeballsystem, also, oder habe ich mit so einem Schneeballsystem rumgefragt, um solche Leute zu finden. Und da war ein zweiter Teil in der Frage. Ja, wie weit die quasi, wie ergiebig die sind, was es da für Unterschiede gab. Das ist tatsächlich ein Problem dieser ganzen Methodologie oder Methodik-Narrativ-Biografische Interviews, die ja dann die Datenbasis darstellen für die Untersuchung, dass es Personen gibt, die nicht erzählen. Das sind nicht viele. Das sind tatsächlich nicht viele, weil es eben auch, weil Erzählen halt auch eine Kulturtechnik ist, in die man einsozialisiert ist. Aber manche Leute möchten das nicht oder möchten das nicht gegenüber Fremden. Und da hat man aber sehr, sehr wenige. Also, ich hatte in dem ganzen Sample von insgesamt 24 narrativ-biografischen Interviews, die dann in die Untersuchung kamen. Dafür hatte ich ein paar mehr geführt, ein paar vorher als Test. Und nur bei einem Interview war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht benutzen, weil diese Person einfach nicht ins Erzählen kommt. Das lag vielleicht auch an mir. Es braucht eine bestimmte Haltung irgendwie, um diese Art von Interviews zu führen, weil man eben selber gar nicht viel sagt. Das ist auch nicht ganz unproblematisch. Also, es ist nicht so eine Methode, die man einfach, das muss man auch einfach üben, dass die Leute das Gefühl haben, irgendwie relativ frei sprechen zu können, wenn sie mit einem sprechen. Und es gibt, und das ist vollkommen unklar, welche Leute man dadurch ausschließt. Das kann man überhaupt nicht, das kann man tatsächlich, und das ist eine Schwäche der Methode auch, das muss man auch ganz klar so sagen, die Personen, die nicht erzählen, es weiß niemand irgendwie, ob die irgendwas verbindet, ob das eine reine Zufallsauswahl ist, irgendwie aus möglichen Leben. Das wäre großartig, weil dann würde es nichts verzerren. Das ist aber eher unwahrscheinlich, sondern es könnte sein, dass es ganz bestimmte Leute sind, die nicht erzählen, also diese Kulturtechniken des Erzählens, Gestaltschließungen, Komprimierung, die das irgendwie nicht machen. Und wenn die Menschen irgendwas verbindet, dann hat man automatisch eine Verzerrung, wenn man versucht, aber die wird auch vor allem dann relevant, wenn man versucht, repräsentative Samples zu ziehen, was ja nie das Ziel war dieser Untersuchung, sondern das Ziel war die Beantwortung der Frage, tauchen jetzt bestimmte Raumkonstitutionen mit bestimmten Zeitkonstitutionen gemeinsam auf und nicht ein repräsentatives Sample. In den Interviews wäre meine Frage, ob, als ich dann so langsam diese Typologie rausgeschält habe, ob das dann auch klar wurde, ja, das sind auch sozusagen die Fälle sind auch diese Typen und repräsentieren diese Typen, oder ob das gar nicht so einfach war und man doch eher sagt, okay, man hat Mischfälle, man hat Fälle, die nicht so eindeutig sind. Wie ist sozusagen die Passung von dann diesen Idealtypen und den Fällen? Ja, überraschenderweise, und das finde ich tatsächlich überraschend, sind die Fälle relativ, also Spiel gibt es da immer, aber tatsächlich relativ nah an den Idealtypen gewesen. Und die Mischungen eher weniger, was es gibt, sind sozusagen Wechsel der raumzeitlichen Orientierung, nenne ich es mal, im Lebenslauf, also im Verlauf des Lebens bestimmte Ereignisse treten ein. Zum Beispiel, ich habe zu dieser linearen Lebensplanung, gehört so ein konzentrisches Raummodell, ich habe ein Zentrum, ein Zentrum meines Lebens irgendwie, das ist im Normalfall irgendwie in dieser Gesellschaft die eigene Wohnung, das ist mein Standbein, das versuche ich auch halbwegs stabil zu halten, das heißt nicht, dass ich nicht umziehen kann, aber das heißt, dass ich ein Zuhause konstituieren muss. Und dieses Zuhause zu konstituieren, ist auch Arbeit, deswegen ziehe ich nicht unüberlegt mal einfach irgendwo um, weil das heißt immer, ich muss ein neues Zuhause konstituieren. Genau. Also diese Menschen haben ein Zuhause, denen ist aber mal mindestens die Stadt auch noch wichtig, häufig verbunden mit Freundeskreisen, in denen sie leben und auf anderen Maßstabsebenen dann vielleicht sowas wie Heimat und so eine geografische Verbundenheit zu einer bestimmten Region. Und dann hat man so relevante Lebensräume, die so konzentrisch umeinander liegen. Deswegen habe ich das bezeichnet als eine konzentrische biografische Raumkonstitution. Und die habe ich immer dann gefunden, wenn ich diese lineare Vorstellung auch des eigenen Lebens gefunden habe. Das heißt, es gibt so einen konzentrisch-linearen Typ. Jetzt sind die, die ich dann als konzentrisch-linear gleichsam eingelesen habe, würde ich jetzt mal sagen, die sind tatsächlich nicht so wahnsinnig weit weg. Klar, aber von so einem konzentrisch-idealen, von so einem konzentrisch-linearen Idealtyp. Deswegen konnte ich mich auch entscheiden, ich kann bestimmte Fälle sozusagen als Beispiele beschreiben für diesen Typus. Was es allerdings gibt, sind Wechsel im Lebenslauf dieses Raumzeittypen. Wenn die Karriere vollkommen gegen die Wand fährt, aus irgendeinem, also jemand, der baut jetzt die Linearität weniger über so eine Selbstverwirklichungsidee als über eine Karriereidee. So kann man unterschiedlich konnotieren, diese lineare Zeitgeschichte. Und jetzt gibt es da genau auf der Zeitseite irgendwie das Problem, dass das irgendwie die Karriere nicht klappt. Dann kann es passieren, dass der Raumzeittyp tatsächlich gewechselt wird, dass diese Orientierung, diese lineare Orientierung für das eigene Leben für die Menschen dann selber irgendwann keinen Sinn mehr macht. Und dann wechseln sie aber tatsächlich relativ plötzlich, zumindest in den Erzählungen, wenn man diese Erzählungen rekonstruiert, klingt das dann so, dass sie dann relativ plötzlich zum Beispiel zu einem inselhaft eben ewig gegenwärtigen Modus der Biografie wechseln. Aber das dann auch relativ radikal. Dann sagen sie, jetzt ist mir nur noch mein Zuhause wichtig. Alles drumherum irgendwie passt mir sowieso nicht so gut in den Kram. Da stecke ich auch wahnsinnig viel Arbeit rein, dass ich dieses Zuhause zu einem ganz starken Nest mache. Ich grenze das auch stärker eigentlich gegen die Außenwelt ab. Ich suche mir meine Routinen, in die ich immer weitermache und entwickle ein Selbstbild von mir, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass es nicht mehr darum geht, irgendeine Entwicklungslinie meines Selbst zu verfolgen. Und dann springen die Menschen praktisch im Lebenslauf relativ eindeutig von der Nähe eines Idealtyps zur Nähe eines anderen Idealtyps. Ich habe mich in Bezug auf diese auf diese Typen, die du da beschreibst, auch stark gefragt, ob es nicht auch so eine gewisse Regelmäßigkeit im Wechsel von Lebensphasen gibt, in denen ein Typ vom anderen abgelöst wird. Also dass zum Beispiel das irgendwie, keine Ahnung, bei jungen Akademikern vielleicht von in den 20ern, sage ich jetzt mal, ganz grob, irgendwie eher eine Dominanz von räumlich, von episodisch netzwerkartigen Raumzeittypen gibt, wogegen dann, aber auch schon, auch das planmäßig vielleicht sogar, dann ab einem gewissen biografischen Punkt ganz entschieden wieder der Umschlag folgt zu diesem sehr, sehr traditionell bürgerlichen, linear, konzentrischen Modell. Hast du sowas auch beobachtet und ist es in dem Sinne nicht sogar sinnvoller, ja, das gar nicht so sehr an Personen festzumachen, sondern eher an Lebensphasen vielleicht, an institutionell auch vorgeprägten Lebensphasen natürlich? Ich teile die Hypothese, sie ist bis jetzt nicht bestätigt, aber ich vermute genau dasselbe. Und die typische Erzählung, die man dann machen würde, wäre genau die, die du gerade gemacht hast. Sozusagen, es gibt so etwas wie eine Orientierungsphase, vielleicht am Ende der Schulzeit und nach der Schulzeit, wo man eher genau netzwerkartig, episodisch unterwegs ist. Das heißt, man hopst von Projekt zu Projekt, man hopst vielleicht auch mal von Stadt zu Stadt irgendwie, macht da, baut da keine großen Nester irgendwie, sondern hält das, hält das mit dem Platz, wo sein eigenes Bett steht, relativ pragmatisch, eben um auch mobil zu sein. Und spätestens in dem Moment, wo es um Familiengründung geht, ist das alles Makulatur. und man schwenkt um auf ein konzentrisch-lineares, raumzeitliches Modell irgendwie. Man plant jetzt sein Leben irgendwie von langer Hand, versucht bestimmte Ziele zu erreichen. Das hat natürlich damit zu tun, dass es starke normative Vorstellungen hinsichtlich zum Beispiel einer solchen konzentrisch-linearen Lebensplanung gerade im Zusammenhang mit Kindern gibt. Es ist nämlich, also man wird, stellen Sie sich vor, Sie ziehen jedes Jahr zweimal um und haben Kinder. Nicht, dass das nicht gehen würde, aber in unserer Gesellschaft würden Sie sich sofort die Fragen einhandeln. Oder solche Sätze gibt es auch massenhaft in den Interviews. Man kann seine Kinder doch nicht dauernd hinter sich herziehen. Also das sind so normative Anforderungen an gute Elternschaft, die einem dann in dem Moment auch so ein konzentrisches Modell ganz, ganz nahe legen. Und vielleicht, wenn man dann im hohen Alter ist, schwenkt man eher auf so ein inselhaft zyklisches rum. Ey, da draußen ist mir sowieso viel zu los. Ich habe mein Leben gelebt. Ich bin wer ich bin. Im Schrebergarten dann. Genau. Ich bin wer ich bin und habe hier noch meinen Schrebergarten und kümmere mich um meine Wohnung. Und damit ist es gut. Also grundsätzlich würde ich diese These teilen, dass es die Tendenz gibt, zumindest in unserer Gesellschaft, dass es so eine Sequenzierung im Lebenslauf dieser biografischen Raumzeittypen gibt. Und zwar genau so, wie du es beschrieben hast. Netzwerkartig, episodisch, konzentrisch, linear, inselhaft, zyklisch. Und ich glaube aber, also erstens mal, das ist nicht untersucht. Das gibt ein Sample von 24 Leuten auch nicht her, so eine These irgendwie zu bestätigen. Das zweite Problem war, das Sample war eingeschränkt auf 20 bis 40, ungefähr um diese, weil ich davon ausgegangen bin, in diesem Alter spielt Erwerbsarbeit in Biografien eine große Rolle, auch wenn keine Erwerbsarbeit gemacht wird. Aber die Orientierung an Erwerbsarbeit als Anerkennungssystem ist ganz wichtig. Und da wollte ich einfach, da wollte ich lieber da ein bisschen was zu sagen, als zu so einer Altersverteilung. Und ich glaube, das gegenwartsdiagnostische Potenzial dieser Untersuchung, das geht so ein bisschen verloren, wenn man zu sehr schaut auf diese Altersabfolge. Weil was ich glaube, was in dieser Gesellschaft Interessantes ist, ist, dass man tatsächlich Leute mit um die 40 und auch noch über 40 findet, die ihr Leben im Netzwerkartig episodisch organisieren. Und das eben auch vor ganz bestimmten gesellschaftlichen Hintergründen. Und das sind, glaube ich, die Dynamiken, die hochgradig interessant sind. weil, um das ein bisschen zu erklären, so eine konzentrisch-lineare Lebensplanung, die setzt ein Stück weit voraus, dass ich auch planen kann. Und planen kann ich dann, wenn ich sozusagen die Rahmenbedingungen abschätzen kann, unter denen ich in fünf Jahren existiere. Also wenn ich, und das fängt mit solchen ganz lapidaren Sachen an, wenn ich zum Beispiel sage, ich setze auf Karriereplanung, ich mache eine Berufsausbildung, dann, und das soll eine Karriere werden, dann muss ich mal zumindest davon ausgehen, dass es den Beruf in fünf Jahren noch gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen absurd an, aber 300.000 Setzer Anfang der 80er Jahre wissen zu berichten, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Selbstverständlichssetzer sind Menschen, die Typen, also Buchstaben für Druckvorlagen auf Platten aufgesetzt haben. Das ist der erste Bereich, der in der deutschen Druckindustrie digitalisiert wurde. Und es waren praktisch innerhalb von zwei, drei Jahren, das war vorher ein anerkannte Ausbildungsberuf, es gab meistens mit allem drum und dran. Und wie gesagt, über 300.000 Menschen in Deutschland haben diesen Beruf ausgeübt und innerhalb von zwei Jahren ist dieser Beruf verschwunden. Wenn sie sich Anfang der 80er Jahre entschieden haben, eine Ausbildung zum Setzer zu machen, dann standen sie Mitte, Ende der 80er Jahre vor dem Nichts. Und das heißt, also so eine konzentrisch-lineare Lebensplanung unterstellt die Stabilität von institutionellen Rahmenbedingungen, würde man soziologisch sagen, um dieses ganze große Framework irgendwie zu fassen, was man da alles, und die sollen sich möglichst nicht ändern, damit ich vernünftig planen kann, damit ich meine Veränderung planen kann. Und wenn wir jetzt, und jetzt lässt sich ganz gut an die These von Hartmut Rosa mit der Beschleunigung anschließen, wenn man jetzt daran denkt, dass die Haltbarkeit solcher institutionellen Rahmenbedingungen tatsächlich vielleicht schwindet, also die Berufe schneller veralten, Wissensbestände schneller veralten, die Art und Weise, wie man soziales Leben organisiert, wir merken es gerade über die Digitalisierung, wie sich das alles verändert, dann wird Planen immer schwieriger. Und dann kommt so ein konzentrisch-lineares Lebensmodell tatsächlich unter Druck. Dann wird es nämlich plötzlich rationaler, lieber episodisch zu gucken, was in zwei Jahren denn geht, als jetzt die nächsten fünf Jahre zu planen und dann vor dem Nichts zu stehen. Und das sind die gesellschaftlichen Behandlungsprozesse, an denen ich dann ein Stück weit mehr interessiert war, als an dieser Altersthese, an der bestimmt was dran ist und von der ich auch glaube, dass sie sich bestimmt bestätigen lässt. Aber ich glaube auch, dass es zum Beispiel immer wieder notwendig wird, in den Biografien, die Biografien werden immer schlechter planbar, es kommen dann immer wieder neue Anforderungen, so, jetzt musst du plötzlich eine Bildungsphase einschieben. Du bist zwar 48, aber deinen Beruf gibt es nicht mehr, so, und jetzt machst du mal Umschulung und das machst du mal richtig und plötzlich sitzt du wie ein Schüler auf der Schulbank. Dann macht sozusagen eine episodische Lebensführung, kann mehr Sinn für die Personen plötzlich machen, als weiter an ihrem Planungsmodell festzuhalten. Und ich glaube, dass es da Verschiebungen gibt, die ein Stück weit nahegelegt haben, dass dieses klassisch moderne, würde ich jetzt mal sagen, konzentrisch lineare Lebensmodell ein Stück weit unter Druck gerät. Dazu habe ich eine Frage, die nochmal so ein bisschen von dem Gegenwarts oder Gesellschaftsdiagnostischen, auf das auf jeden Fall nochmal zurückkommen können, aber nochmal das so ein bisschen weitet, nämlich mit der allgemeinen Frage. Bisher klang das zumindest in meinen Ohren viel so, ja, da gibt es verschiedene Typen, die sich das auch irgendwie im weitesten Sinne aussuchen können, was sie eben für für ein Typ dann auch sind. Das kann mal schief gehen, wenn zum Beispiel da ja extern irgendwie die Karriere beendet wird, warum auch immer, aber ansonsten hat man quasi doch irgendwie so Objekte, die eine relativ große Freiheit haben in ihrer Lebensgestaltung und sich dann eben aussuchen können, machen sie halt eine Ausbildung bei bei der Sparkasse, jetzt mal ganz klassisch und bauen dann ihr Häuser, gründen die Familie oder ziehen sie halt nach Berlin und bauen sich hier eben das Berliner Leben so auf. Aber das setzt ja schon voraus, dass da eine relativ große Verfügbarkeit über diese Bestände ist. Man kann sich ja genauso gut fragen, okay, wie ist das in anderen Zusammenhängen, wenn eben genau diese, ja, dieses Vermögen nicht auch vor allem, das kommt dann auch noch dazu, für relativ große Teile der Bevölkerung auch so verteilt ist, dass sich im Wesentlichen die meisten Leute das überhaupt gar nicht raussuchen können. Jetzt hast du schon angedeutet, okay, unter bestimmten institutionellen Voraussetzungen wird eigentlich eher, ja, dieses Projektmäßige nicht so genau in die Zukunft blicken können, dann zu einem, ja, zu einem gewissen Druck oder zu einem gewissen Zwang fast der Konstitution. Wird das thematisiert in diesen Interviews, dass man auch sozusagen Räume konstituiert, die man eigentlich gar nicht konstituieren will, also Raum und und Zeiten? Es gibt ein bisschen verschiedene Ebenen, glaube ich, dieser Frage, um mal am Anfang einzusteigen, das wäre so ein Stück weit die Frage, in wie, in wie weit sozusagen ist das, ne, sowas wie individuell subjektive Wahl irgendwie, welcher Raumzeittyp ich jetzt bin. und im Hintergrund steht so ein bisschen auch das Subjektverständnis irgendwie, mit dem man an so eine Geschichte rangeht und da komme ich jetzt erstmal irgendwie aus der pragmatischen Philosophie und die sagt schon mal irgendwie, naja, es gibt kein der Gesellschaft vorrangiges Subjekt. also das sind auch Modelle oder Ideen des Selbst, wie sie von George Herbert Mead entwickelt worden sind, die sagen irgendwie, das Selbst bildet sich sozusagen in einem gesellschaftlichen Kontext und die Entstehung eines Selbst hat schon zu tun auch mit der Reaktion auf gesellschaftliche Erwartungshaltung und ohne das ist dieses Einfließen gesellschaftlicher Erwartungshaltung in das eigene Selbst, anders ist Menschwerdung gar nicht vorstellbar. Also es gibt nicht zuerst Menschen, die dann eine Gesellschaft machen, sondern es gibt auch eine Gesellschaft, die Menschen macht. Also eine bestimmte Subjektivität produziert, würde man jetzt poststrukturalistisch mit Foucault sagen. Also das wäre erstmal das Verständnis von dem Subjekt und das macht natürlich schon klar, hallo, okay, das ist jetzt irgendwie nicht frei aussuchbar, welchen Raumzeittyp ich habe, sondern das habe ich vorhin schon angedeutet, die Gesellschaft hat ganz bestimmte Erwartungshaltungen und hat auch für bestimmte Lebenssituationen ganz bestimmte Erwartungshaltungen. Also von Menschen, die Familien gründet, wird in dieser Gesellschaft im Grunde immer noch erwartet, konzentrisch lineare Lebensmodelle zu haben. Wobei das manchmal ein bisschen mit dem konzentrisch teilweise so ein bisschen auseinanderfällt, weil man sagt, du sollst zwar deine Karriereplanung haben, du sollst aber räumlich beliebig mobil sein. Das sind die Leute aber tatsächlich nicht. Also die Leute versuchen nämlich zu Hause es zu konstituieren für sich und ihre Familie und geraten dann tatsächlich so ein bisschen können auch in Konflikt geraten mit solchen gesellschaftlichen Ansprüchen. Aber grundsätzlich gibt es erst mal, sind diese Raumzeittypen insofern schon mal nicht frei gewählt, als dass es natürlich diskursive Angebote der Gesellschaft gibt, irgendwie wie man sein Leben führen kann und die laufen im Sozialisationsprozess irgendwie, machen die schon was mit den Menschen. Das ist die erste Ebene und die zweite Ebene, solche biografischen Raumzeitkonstitutionen, die reagieren auf Herausforderungen, denen die Menschen in ihrem Leben tatsächlich begegnen. Also das versucht dich anzudeuten mit, es hat eine gewisse Rationalität unter bestimmten Bedingungen eher netzwerkartig episodisch mein Leben zu führen als konzentrisch linear. Wenn ich nämlich nicht erwarten kann, dass die institutionellen Rahmenbedingungen stabil genug sind, dass sie mir langfristige Planung ermöglichen, dann versuche ich das eher episodisch. Das denkt man sich nicht so aus, aber dann verzichtet man halt auf die langfristigen Pläne und sagt solche Sätze wie dann gucke ich mal, was in zwei Jahren so geht. Das wäre so ein typischer Kennungssatz für jemanden, der eher episodisch biografisiert. Das heißt, wir haben auf zwei Ebenen spielt die Gesellschaft die entscheidende Rolle, nämlich einmal in Frage der Sozialisation, was sind überhaupt legitime Raumzeitkonstitutionen irgendwie und die mit gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zusammenpassen und das zweite irgendwie, welche Raumzeitkonstitutionen sind eine gute Antwort auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, die mir in meinem Leben tatsächlich begegnen. Und das ist das, woran ich interessiert bin. Ich bin immer noch Soziologe, das ist das, woran ich interessiert bin. Ich finde jetzt aber tatsächlich schön, um auf den Subjektbegriff zurückzukommen, dass die pragmatische Philosophie beziehungsweise diese Konzeption des Selbst bei George Herbert Mead nicht behauptet, dass sich jetzt darin alles erschöpft. Das ist sozusagen der Bereich irgendwie, in dem soziologische Erklärungsmodelle auch greifen und die deswegen Effekte haben, wo ich auch jederzeit von behaupten würde, ja, das müsste sich auch, wenn man eine quantitative Untersuchung machen würde, müsste sich das auch in der Tendenz zeigen, dass die Zunahme befristeter Jobs eine episodische Lebensführung nahelegt. Da würde ich vermuten, oder das würde ich wirklich Hypothesen testen, dann überprüfen mit einem quantitativen Sample, dass es da diesen Zusammenhang gibt, aber gleichzeitig vom Subjektbegriff her nicht zu behaupten, damit ist für den einzelnen Menschen ist sein Leben damit erzählt. So nach dem Motto, sag mir irgendwie, in welchen Umständen du lebst, was dein sozioökonomischer Status ist, der deines Elternhauses irgendwie und ich sag dir, wie du biografisierst und das war's. Sondern bei dieser Idee, dass selbst von George Herbert Mead gibt es tatsächlich noch einen Anteil, der relativ unreglementiert ist, der irgendwas mit Vorlieben zu tun hat, vielleicht kann da die Psychologie als eine andere Wissenschaft auch tiefer reingucken, das kann gut sein und dass wir nicht irgendwie im Grunde genommen Abziehbilder gesellschaftlicher Verhältnisse nur sind, sondern dass es noch irgendetwas ist, was zumindest soziologisch gar nicht erklärbar ist. Und das ist so ein bisschen auch so eine Zurücknahme der Zuweisung irgendwie dieser Typologie und dieser Vorstellung von so machen wir das auf einzelne Köpfe. Das gibt es nur ex post, aber zu sagen irgendwie, ah, der lebt unter den Bedingungen, der wird garantiert netzwerkartig episodisch, das ist, glaube ich, Quatsch, weil es vielleicht noch irgendwelche vollkommen unerklärbaren Vorlieben oder sonst was in Menschen gibt, die das Ganze vielleicht nochmal auf den Kopf stellen können. Vielleicht noch eine andere Ebene, die zumindest noch im Gegenstandsbereich des Soziologischen liegt, ist trotzdem so ein Bruch vielleicht. Also wir haben zwar gesagt, okay, die Typen waren, du hast auch gesagt, überraschend gut zurechenbar. Ich habe mich jetzt an sowas gefragt, vielleicht bestimmte Urlaubsphasen, die sind wahrscheinlich für die Biografie zu kurz, aber man könnte sich ja auch bestimmte Imaginationen vorstellen, dass auch in der Biografie zumindest imaginierte sozusagen Konstitutionen sich die Leute vorstellen und sagen, okay, ich hätte mir vielleicht auch doch vorstellen können, ich könnte jetzt auch diesen ganz normalen Lebensentwurf haben, also gibt es auch sozusagen in dem Material und in den Konstitutionen auch doch so einen Bruch an verschiedenen Stellen, hast du da vielleicht was gefunden? Ja, aber also gibt es tatsächlich, aber du hast die erste Antwort, die ich gebe, hast du ein Stück weit im Grunde auch schon selber gegeben mit dem Verweis auf Biografie, diese Perspektivität, die ich dann wirklich genau untersucht habe, ist diese Perspektive auf das eigene Leben als Gesamtheit und da ist es dann tatsächlich so, dass der Urlaub, solange er als Urlaub ist, tatsächlich als Episode in die Gesamtheit des Lebens eingebaut ist, aber dann selber an dem biografischen Modell nicht macht. es gibt aber natürlich Reisen, die sehr wohl irgendwie zum Beispiel andere Vorstellungen irgendwie von Lebensführung den Leuten nahebringen. Interessant ist, dass die Menschen dann genau nicht mehr über Urlaub sprechen, sondern tatsächlich über Reisen. Also da gibt es so eine feine, zumindest im Deutschen, so eine feine Konnotation irgendwie, auf Reisen sein ist was anderes als im Urlaub sein. Und an der Stelle gibt es dann natürlich schon die Möglichkeit, dass sich da, wo man dann was anderes kennenlernt und sich da inspiriert, irgendwie neue, andere Modelle der Lebensführung sich einem nahe bringen. Das gibt es auch in Interviews irgendwie, aber das hat dann oft tiefgreifende biografische Konsequenzen. Also die Menschen wandern dann teilweise aus und sowas. und ändern ihre raumzeitliche Präventierung. Ich bin mir nicht so sicher, ob deine Frage noch berührt, diese Frage des Gegenstandsbereichs noch in einer anderen Sache, weil es gibt schon das Phänomen, wenn ich diese Untersuchungsergebnisse vorstelle und erstmal sozusagen diese Typen beschreibe, so ein inselhaft ewig gegenwärtiges, das irgendwie so an einer Scholle hängt irgendwie und womöglichst irgendwie alles immer gleich ist und das selbst irgendwie auch gleich ist, dann dieses konzentrisch Lineare, das irgendwie dieser modernen Entwicklungslogik folgt und dann dieses netzwerkartig episodische, das vielleicht eher so postmodern irgendwie gucken wir mal Logik folgt, wenn ich das beschreibe und dann sagen die Leute spontan immer erstmal ja, das bin ich alles drei und das hat tatsächlich auch mit dem Gegenstand zu tun, weil im narrativ-biografischen Interview sind die nicht alles drei, auch wenn die Aussage richtig ist, aber natürlich werden wir, mein Beispiel ist dann immer so ein bisschen blöd, ich weiß noch nicht wie überzeugend das ist, aber natürlich werden wir alle beim Zähneputzen zu sowas inselhaft ewig gegenwärtigen, weil vor dem Zähneputzen ist nach dem Zähneputzen die Raumzeit dieses Handlungszusammenhangs die führt nirgendwo hin, die hat kein endgültiges Ziel, da ist keine lineare Geschichtlichkeit im Zähneputzen, sondern das Zähneputzen wird gemacht, dann ist es vorbei und dann fängt es wieder an und dann ist es wieder vorbei und dann fängt es wieder an und deswegen wir kennen glaube ich wir kennen wir alle wir kennen alle drei Typen also wir können uns auch mit allen drei ein Stück weit identifizieren nur wenn wir unsere Biografie in den Blick nehmen dann sind wir glaube ich nicht mehr alles drei gleichzeitig Ich glaube dass in dem was du gesagt hast Jan auch noch eben dieses Moment auch steckt dass durchaus ja auch Lebensformen immer in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen oder sich zumindest irgendwie legitimieren müssen gegeneinander und dass möglicherweise diese Typen ja auch sozusagen immer das symbolisch andere für die jeweilige Lebensform sind und das kann sowohl eine feindliche ablehnende Haltung sein dass eben der Mann auf der Scholle vom bürgerlichen linearen Typen als Sozialschmarotze abgelehnt wird aber das kann auch irgendwie andersrum auch eine Art von Sehnsucht sein oder irgendwie eine Vorstellung von einem anderen Leben das auch möglich wäre Autonomie zum Beispiel oder Ungebundenheit oder je nachdem wie dann immer die jeweilige Blickrichtung ist und das ist glaube ich schon auch sehr sehr typisch eben für diese Lebensform Konkurrenz wenn man so sagen möchte Ja das würde ich gerne unterstreichen ich glaube dass da wirklich was dran ist also dass es da wirklich Konfliktlinien geben kann irgendwie hinsichtlich einmal irgendwie des Verständnisses überhaupt für diese anderen Lebensform aber dann und dann halt auch hinsichtlich der benötigten Ressourcen also jemand inselhaft ewig gegenwärtiges braucht für ein glückliches Leben andere Voraussetzungen als jemand der konzentrisch linear ist und dann ist man natürlich in einem gesellschaftlichen Kampf tatsächlich halt auch um die Ressourcen wer stellt wem was zur Verfügung beziehungsweise auch ein mögliches Feld natürlich auch wie du gerade finde ich auch vollkommen richtig gesagt ein mögliches Feld für vielleicht Solidarität die auf so einer Sehnsucht basiert ja kommt macht ihr mal es ist doch schön dass es euch auch gibt ich würde noch mal ganz gerne zum eigentlichen Kern ja auch deiner Untersuchung noch mal eine Frage stellen weil du untersuchst ja ob es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialem Raum und sozialer Zeit jetzt hast du gesagt tatsächlich in den Interviews die du die du geführt hast da korrelieren ja erstmal diese Typen miteinander so dass du dann auch Raumzeittypen bilden kannst das ist jetzt erstmal ein empirischer Zusammenhang jetzt sicherlich auch kein sozialstatistisch valider aber das ist ja jetzt erstmal egal aber ganz grundsätzlich wie müssen wir uns diesen Zusammenhang eigentlich vorstellen also es geht ja nicht nur darum ein empirisches gleichzeitig auftreten zu festzustellen sondern es geht ja auch darum zu erklären was eigentlich der systematische Zusammenhang zwischen beiden ist also wieso ist es zum Beispiel nicht so dass es einen zyklisch konzentrischen Typen gibt das wäre doch auch eine absolut irgendwie also könnte ich zumindest mir was konstruieren als Beispiel wie wie in welche Art ist dieser Zusammenhang eigentlich das mit dem das mit dem konstruieren ist natürlich genau die Denkrichtung die dann tatsächlich irgendwie dazu führt sozusagen diesem Zusammenhang auch eine gewisse Logik zu unterstellen machen wir machen wir es mal beispielhaft mit einem netzwerk episodischen also netzwerk räumlich heißt irgendwie ich verorte mich nicht fest irgendwie ich bilde ich bilde jetzt ich baue jetzt erstmal kein Nest und 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 bilde bilde praktisch nicht so nicht so irgendwie zumindest mal kein starkes Standbein irgendwie aus wo ich mich mich räumlich irgendwie an einen Ort super super fest anbinde episodisch bedeutet hat man schon viel drüber gesprochen eher so eine so eine Projektorientierung so und jetzt jetzt bricht man das mal auf jetzt sagt man jetzt sagt man mal nee das ist genau das ist das ist jemand der inselhaft ist also das sind Leute die wirklich starke starke Ortsbindungen irgendwie zum Beispiel was weiß ich zu ihrem Schrebergarten oder sonst was aufbauen dass sie als Zentrum ihres Lebens begreifen und das eher von so einer räumlichen undifferenzierten auch in vielen Fällen eher unangenehmen Außenwelt umgeben ist so und jetzt kombiniert man das was heißt dieses episodische das episodische heißt dass ich mir mein dass dass ich mich selbst sehe also dass mein Selbstbild etwas damit zu tun hat dass ich alles mögliche machen kann je nachdem welche Optionen sich auftun so und jetzt in räumlicher Richtung heißt das heißt aber dieses dieses inselhafte ich kette mich an einen Ort und gehe da nach Möglichkeit überhaupt nicht weg so und da würde ich da ist jetzt erstmal die Grund und das ist wirklich eine Behauptung auf anthropologischer Ebene da würde ich sagen nein da entsteht kognitive Dissonanz das passt nicht zusammen die Flexibilität die ich zeitlich irgendwie in meinem Leben von mir verlange die konterkariere ich in dem Moment wo ich sage ich kann hier aber nicht weg deswegen gibt es tatsächlich solche Fälle die gar nicht so viel unterwegs sind und die gar nicht dauernd ihre Wohnung wechseln aber die trotzdem kein Nest gebaut haben die trotzdem irgendwie die Räume ihres Lebens eher im Netzwerk denken aber die Stadt und im Großen und Ganzen die Wohnung in der sie wohnen die sind noch gar nicht umgezogen außer als sie irgendwie mal von zu Hause ausgezogen sind und 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 haben noch nie in einer anderen Stadt gelebt als in der in der sie leben aber die insistieren in den Interviews dann tatsächlich drauf wenn sie so eine episodische Lebensführung haben dass sie nicht festhängen dass sie dass es Zufall ist dass es wirklich Zufall ist dass sie immer noch in der Stadt sind und dass es eben nichts damit zu tun hat dass sie an die Stadt gebunden wären damit vermeiden sie genau die kognitive behaupte ich wenn sie gleichzeitig behaupten ich hänge an diesem Ort und kann hier nicht weg ich bin maximal flexibel und kann mich in zwei Jahren neu erfinden das passt glaube ich nicht zusammen ich glaube dass diese raumzeitlichen Orientierungen tatsächlich recht fundamental sind dafür also da gibt es tatsächlich eine anthropologische Argumentation die an Helmut Plessner ein sehr sehr alter sehr alter Anthropologe der aber finde ich ein paar sehr schlaue Überlegungen angestellt hat der der sagt und da und da kommen auch bei da kommt auch Raum und Zeit praktisch im selben Wort zu der sagt Menschen sind ortlos und zeitlos ins nichts gestellte Lebewesen das heißt Menschen haben keinen Ablaufplan hinsichtlich dessen wie ihr Leben zu führen ist das müssen sie in sozialen Prozessen selber aushandeln und Menschen haben keinen angeborenen Lebensraum das heißt und deswegen wird dieses Argument tatsächlich anthropologisch an der Stelle wenn da was dran ist dass wir keine instinktiven Ablaufprogramme haben die unser Leben sowieso strukturieren dann bräuchten wir gar keine Geschichtlichkeit zu entwickeln wenn wir die komplett hätten und keine angeborenen Lebensräume die uns sagen da muss man leben das muss man bauen man muss in dieser Hölle sitzen bleiben oder whatever aber das haben wir beides nicht und deswegen müssen wir das sozusagen von Anfang an von Beginn an der Menschheit permanent kulturell herstellen das heißt wir müssen permanent kulturell Geschichtlichkeit gemeinsam herstellen mit unseren mit unseren Lebensräumen als soziale Konstitution und wenn wir die gemeinsam herstellen und kognitive Dissonanz vermeiden dann glaube ich kommen wir an den Typen es gibt jetzt noch ein paar gesellschaftlich historische Momente wo man sagt irgendwie mit einem marxischen Begriff irgendwie die gesellschaftlichen Reproduktion die ist halt auch immer raumzeitlich organisiert also die ist immer räumlich und zeitlich gleichzeitig organisiert also wir werden eingespannt sozusagen in zeitliche Systeme einer Vorstellung von irgendwie was weiß ich jetzt in der klassisch moderne Bildungsphase Arbeitsphase Ruhephase oder so und gleichzeitig in irgendwie deinen Ort finden deinen Platz in der Welt finden und das jetzt mal wirklich räumlich genommen irgendwie als klassisch moderne Anforderung du musst deinen Platz du musst deinen Weg gehen und deinen Platz finden gleichzeitig und der Weg gehen ist eher eine zeitliche Geschichte da geht es um diese Linearität und dein Platz finden ist eher tatsächlich dann die räumliche Geschichte und würde zu so einem konzentrisch linearen Modell eher führen als eine Verquickung aufgrund des Reproduktionsmodus moderner Gesellschaften die das nämlich beides von uns gleichzeitig in der Form verlangen das heißt es gibt auch es gibt neben diesem anthropologischen Argument auch ein gesellschaftshistorisches Argument für den Zusammenhang genau so weit erstmal dann kommen wir nochmal zu der Diagnose ich finde das schließt wunderbar an weil ich habe jetzt so ein bisschen die Frage ob man nicht vielleicht auch sagen kann es ist nicht die du hast jetzt postmoderne genannt da kann man ja an verschiedene Diskurse anschließen auch den Postfordismus der eben da den ist jetzt auch schon aufgerufen über die marxistische Tradition gleichzeitig könnte man ja sagen okay so ein Proletarier aus dem 19. Jahrhundert der konnte auch sein Leben nicht entwerfen sondern er musste im Prinzip der Konjunktur folgend gucken wo er Beschäftigung bekommen hat der hatte auch keine Bildungsphasen oder sowas also das heißt insbesondere die kapitalistische Phase im 19. Jahrhundert die ist ja sozusagen mit einer Dominanz bestimmter Modelle eigentlich nicht gut beschrieben zumindest jetzt als erste Intuition wenn ich das gesellschaftshistorisch vergleiche das heißt wenn wir sagen wir haben eine Dominanz dieser Möglichkeit des Lebensentwurfes das war ja dann doch auch da wieder natürlich im globalen Vergleich auch wiederum sehr unterschiedlich verteilt eine relativ kurze Phase die dann im 20. Jahrhundert sich dann eben für bestimmte Biografien ergeben hat gleichzeitig da muss ich dann an David Reisman denken der für die 50er Jahre der USA eigentlich genau das Phänomen beschreibt okay wir sind jetzt in einer Phase wo endgültig niemand sich an seine Eltern mehr irgendwie halten kann was Lebensrat angeht weil Lebensrat der Eltern kann man vergessen die Eltern wissen überhaupt gar nichts über die Welt in die man da reinwächst das heißt man kann sich eben nicht mehr an traditionale Bestände irgendwie behalten und muss jetzt irgendwie sehen wie man seinen eigenen Weg geht unter den Unsicherheiten das heißt sowohl wenn ich jetzt diese kurzen Fixpunkte natürlich ganz grob mache für den Proletarier des 19. Jahrhunderts oder auch für die Mittelschichtsperson zumindest wie das Reisman da beschreibt Mitte des Jahrhunderts Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA könnte man auch wiederum ähnliche Phänomene beschreiben die nicht in diesem linearen Modell drin sind würdest du trotzdem sagen okay es gibt diese Dominanzverschiebung oder geht es eher um eine Wertung dieser Modelle dass bestimmte Modelle zu verschiedenen Zeiten positiv oder weniger positiv genannt sind also an welcher Stelle machst du da die Gesellschaftsdiagnose fest die Gesellschaftsdiagnostische das muss ich auch einfach erstmal zugeben die geht weniger nach hinten sondern orientiert sich eher irgendwie an Fragen irgendwie der Wandlungen in den letzten Jahrzehnten was haben wir da irgendwie im Reproduktionsmodell flexible Akkumulation irgendwie oder Postfordismus weil du ein Stück weit aufgerufen hast flexible Akkumulation finde ich dann schön auch im Grunde marxistischen marxistischen Begriff weil er eben diese Flexibilität sowohl räumlich als auch zeitlich meint du musst alle paar Jahre was anderes machen können und du musst überall sein können was so ein eher netzwerkartig episodischen Lebensstil irgendwie nahelegen wird also an der Stelle setzt erstmal meine Gegenwartsdiagnose an die eben als Gegenwartsdiagnose zu verstehen ist und weniger über diese historischen Geschichten sagt zu den Arbeitern im 19. Jahrhundert ja vollkommen richtig also ich habe keine narrativbiografischen Interviews mit denen gemacht ich würde ich glaube auch es gibt nicht viele weil die ersten sind wirklich mit polnischen Einwanderern gemacht worden und das war schon naja zumindest mal 30er Jahre glaube ich 20. Jahrhundert in Chicago von daher gibt es da glaube ich relativ wenig Material inwieweit man sich irgendwie ob da mal jemand Autobiografie geschrieben hat also der wirklich Arbeitermilieus müsste man auch gucken also bin ich bin ich empirisch natürlich natürlich erstmal unsicher aber was mir natürlich sofort einfällt ist ja natürlich hast du quantitativ hast du quantitativ recht irgendwie also das quantitativ ist es das Proletariat im 19. Jahrhundert dass er da wirklich die gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Masse der Gesellschaft ausmacht aber das ist deswegen also diese Vorstellung ist deswegen noch lange nicht relevant noch lange nicht dominant weil diskursiv dominant sind tatsächlich Lebensentwürfe des Bürgertums und da findet man im 19. Jahrhundert aber sehr konzentrisch lineare Modelle und die sind sozusagen die gesellschaftliche Blaupause auch für das was ein Stück weit dann die Arbeiterbewegung fordert nämlich genau die Möglichkeiten sein Leben konzentrisch linear bei halbwegs freier Wahl führen zu können und das mit relativ großem Erfolg Anfang des 20. Jahrhunderts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann auch schließlich durchgesetzt hat von daher würde ich da doch nochmal sagen okay und das wäre ja also quantitativ hast du sicherlich recht aber wenn man jetzt auf sozusagen diskursive Dominanz hinsichtlich Vorstellungen irgendwie gelingender guter anerkannter Lebensführung guckt dann ist es bestimmt nicht das Modell des Arbeiters sondern eher das Modell des Bürgertums die genau irgendwie Bildung ein Riesenthema die Entwicklung des eigenen Selbst ein Riesenthema im Zusammenhang mit dem Bildungsdiskurs dann die Berufswahl das Beste aus sich machen seine Potenziale heben und so weiter das sind die das sind die großen Diskurse glaube ich im 19. Jahrhundert hinsichtlich der Lebensführung für die Lebensführung von Arbeitern hat sich doch kein Mensch interessiert Ja das verstehe ich ja ich glaube es ist auch tatsächlich so ein bisschen das Ziel also es war natürlich auch im Verlauf dann der sozialen Bewegungen gab es zwar so ein paar Utopiker glaube ich die auch schon so ein bisschen dieses postmoderne Modell hatten auch in den 10er und 20er Jahren man bräuchte eigentlich eine sozialistische Weltgesellschaft wo ich heute hier morgen da sein kann aber das hat sich natürlich nicht durchgesetzt das war auch nicht anschlussfähig glaube ich in der Arbeiterbewegung von daher das ist schon einleuchtend soweit dann vielleicht noch mal auf die Diagnose von heute würdest du denn sagen dass das quasi sich da eine Umorientierung stattfindet oder dass man doch eher konfliktiv das habe ich jetzt so ein bisschen zum Teil anklingen hören dass jetzt viele Leute das auch nicht so richtig wollen mit dieser flexiblen Akkumulation und dass man da doch eher in einen Bereich kommt wo die Diagnose darin besteht ein bestimmtes Raum zeitliches Regime wird dort durchgesetzt was was nicht so richtig passt mit den Wünschen oder den Vorstellungen ich denke tatsächlich und das finde ich auch wieder einen interessanten Punkt der in dieser Altersgeschichte die jungen Leute sind netzwerkartig episodisch und dann später wird man bürgerlich konzentrisch linear woran ich immer noch glaube um das zu sagen dass das eine Tendenz ist aber die die eben diese tatsächlich die zeitdiagnostisch relevanten Verschiebungen so ein bisschen aus dem Blick verliert und da würde ich dir recht geben dass ich das Gefühl hätte es regt sich wirklich auch mehr und mehr Widerstand gegen diese flexiblen Akkumulationsregime die ein Stück weit vielleicht noch vor 20 Jahren irgendwie als gerade gerade in besser situierten Milieus irgendwie als große Chance nur endlich irgendwie alle Ketten und sowas abzuwerfen und heute kann ich dies und morgen kann ich jenes sein und das ist doch toll so und eine unbefristete Anstellung klingt für mich wie lebenslänglich habe ich auch so einen Satz im Interview dass dass ich diese Haltung und interessanterweise eben auch bei jungen Leuten oder bei jüngeren Menschen dass sich da ein Stück weit Widerstand regt und vielleicht eine ich hoffe dass man das vollziehen kann eine Beobachtung vielleicht einfach mal zu sagen wir hatten wir hatten hier einen Streik der studentisch Beschäftigten in Berlin vor allem für eine bessere Bezahlung gestreikt haben weil da wirklich seit Ewigkeiten irgendwie die Tarife der studentischen Hilfskräfte hatten sich auch seit 15 Jahren irgendwie keinen Fatz bewegt das war auch wirklich definitiv zu wenig und dann gab es eine Bewegung die gab es auch bundesweit in Berlin war die sehr stark und im Zuge dieser Bewegung treten tausende von studentisch Beschäftigten in die Gewerkschaften ein und garnieren ihre Protestaktionen optisch mit Verdi Westen und gehen in so einen klassisch modernen Tarifkonflikt der damit zu tun hat irgendwie sichere Zukunftserwartungen haben zu können sicheres Einkommen haben zu können und der sozusagen das was ich vorhin zu den institutionellen Rahmenbedingungen sagt hier stabilisiert mal sozusagen irgendwie die Rahmenbedingungen unseres Lebens diesen Eindruck hat es für mich gemacht und ich hatte den Eindruck okay die letzten 30 Jahre werden Studierende massiv auftretend alle in Verdi Westen also in einer es geht nicht um Verdi sondern es geht um gewerkschaftlich organisiert in einem Arbeitskampf das wäre schlicht und ergreifend nicht vorstellbar gewesen also vor 20 Jahren waren Gewerkschaften das allerletzte wofür man sich irgendwie als junger Studierender interessiert hat und die Gewerkschaften kämpfen genau einen Kampf der eher im Sinne irgendwie der Chancen irgendwie auf eine konzentrisch lineare Lebensführung geht und da habe ich schon den Eindruck ja da regt sich auch Widerstand und da sagen auch die jungen Leute ach ja so ein bisschen Flexibilität ist schon schön aber eine absehbare Lebensplanung oder ein Leben zu führen in dem ich langfristig planen kann das ist ein hohes Gut und jetzt hört mal auf mit diesem postmodernen Quatsch also eine Konkurrenz doch die jetzt sich wieder so ein bisschen verschiebt sagen wir es mal so vielleicht hatte ich wirklich den Eindruck irgendwie gerade in den letzten Jahren vielleicht noch eine Frage die so ein bisschen technisch ist ich habe gedacht bei vielen von diesen Typen und du hast es selber schon gesagt die würden quantitativ eigentlich auch sehr gut funktionieren da kann man eine richtig gute kleine Batterie draus machen da also ich finde da kann man auch manche auch von den Sätzen die du jetzt aus den Interviews zitiert hast heute bin ich hier morgen bin ich dort oder Beschäftigung unbefristete Beschäftigung ist lebenslänglich das kann man ja alles auch gut in einem Fragebogen machen hast du da vielleicht auch was gefunden wurde das mal gemacht oder ja was würdest du dazu sagen die Idee finde ich hochgradig plausibel es gibt ein Lehrforschungsprojekt irgendwie das ich zusammen mit Studierenden mal initiiert habe wo wir angefangen haben einen solchen Fragebogen zu entwerfen aber das ist wirklich nicht ganz lapidar aber es geht genau darum irgendwie solche Sätze zu finden die 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 im Grunde zentrale Sätze irgendwie für so ein raumzeitliches Lebensführungsmodell sind irgendwie und dann dazu Zustimmung abzufragen so ist es glaube ich tatsächlich möglich einen quantitativen Fragebogen zu entwerfen der so die raumzeitlichen biografischen Orientierung messen kann das ist sehr sehr aufwendig das ist mit großen Schwierigkeiten gespickt und die Idee wäre tatsächlich einen Projektantrag zu schreiben weil da muss man auch einfach Ressourcen für haben um dann entsprechende Test-Samples zu machen damals in diesem Lehrforschungsprojekt sind wir bis zu einem ersten kleinen Fragebogen gekommen der auch tatsächlich jetzt auch nicht in einem repräsentativen Sample aber immerhin in einem in einem gewichteten Sample also wir hatten ein paar unterschiedliche Leute drin der tatsächlich irgendwie an einigen Stellen irgendwie diesen Zusammenhang zwischen räumlichen und zeitlichen Orientierung auch ein Stück weit quantitativ schon zeigen konnte aber wie gesagt da bräuchte es eigentlich ein richtiges Forschungsprojekt mit mehr Ressourcen und das würde sich ich fände es total reizvoll das nochmal auf den Weg zu bringen ja das hoffe ich also ich habe bei vielen Sachen gerade auch die Arbeitszufriedenheit und viele solche Sachen die eben ja nicht einfach durch die Sozialstruktur oder durch einfache Zufriedenheitsskalen oder sowas erfassbar sind da wäre das glaube ich eine unheimliche Bereicherung auch für ganz unterschiedliche Forschungsfragen wenn man da sozusagen ein gutes quantitatives Instrument hat aber ja das kann ja noch werden dann ja jetzt begeben wir uns mal auf diese klassische lineare Geschichte und planen dann mal in die Zukunft sehr schön dann herzlichen Dank Gunther für diese ausführlichen Informationen das war mal wieder sehr anregend natürlich dann auch viel Erfolg jetzt für die nächste Zeit das ist alles nicht sehr einfach ja ich möchte mich auch ganz herzlich für das Gespräch bedanken das hat viel Spaß gemacht und ja und auch für euer Interesse Dankeschön immer wieder gern dann nochmal der Hinweis wenn euch die Folge gefallen hat dann teilt sie doch in den sozialen Medien eurer Wahl oder erzählt ja eurem Netzwerk davon dann bis zur nächsten Folge von das neue Berlin tschüss tschüss leaking b bei tschüss Untertitelung des ZDF, 2020